Das sind sie, definitiv, die letzten Termine von meinem sechsten Solo-Programm namens ZERO. Wir haben nochmal zwei dazugekriegt, ich habe es lange angekündigt, wir haben sie jetzt effektiv gefixt. 27. Januar im Zermatt, im Cervo, sensationell, und am 4.4.25, natürlich, im Kulturraum Ermitage in Beckerried. Somit sind jetzt alle Termine, die ihr seht, falls ihr es auf YouTube schaut oder die ihr seht, falls ihr es jetzt hört und auf den Link klickt, was ihr machen solltet, das sind wirklich die letzten Termine von diesem Solo-Programm. Tolle Support-Acts dabei, Leila Ladari, Benjamin Delahe, Matteo Gutenrath und je nachdem vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung. Ein paar Highlights sind natürlich sicher Arosa Humor Festival, dass ich nochmal in Basel bin, die grosse Derniere in Liestel und so weiter und so fort. Also schaut die Daten an, wenn ihr vorbeikommen wollt, dann könnt ihr ein richtig geiles Programm sehen und mich in der absurdesten Jacke aller Zeiten. Also kommt! Läuft! Achtung! Oh, gehen wir jetzt? Dann müssen wir uns nachher die Hand geben, stimmt Scheisse. Staatsmann ist nachher die Hand. Ich hätte es vorher die Hand geben. Ja, heute ist halt Umkehrtage für mich. Was ist? Umkehrtage. Umkehrtage, das heisst du hast schon zu Nacht gegessen und es zu Mittag und später? Ja, und glücklich bin ich auch schon gewesen. Jetzt ist es auf der... Was hast du gegessen? Oh mein Gott. Ich fokke mich an. Ich habe heute wieder zu Mittagsauswahl. Ein grosser Fehler gemacht. Ein grosser Fehler. SRF-Kantine. Das ist der Fehler. Das ist schon mal SRF-Kantine. Das ist auch nächstes Thema. Nein, weil man kann manchmal machen. Zum Beispiel tatsächlich, no jokes, geht um blöd in der SRF-Kantine. Das ist wirklich stabil. Man muss dazu sagen, die SRF-Kantine ist ja mittlerweile nur noch eine. Früher war ja die Radiokantine eine eigene, weil es ja ein eigenes Studio war. Und nachher ist die Fernsehkantine eigentlich gesehen. Ja. Und ich weiss nicht, was sie mit diesen Kantinen-Leuten gemacht haben vom Radio, seit das Radio jetzt im Fernsehstudio angesiedelt ist. Aber... Ich nehme mal an, in klassischer SRF-Manier haben sie die Fokussierung von den Arbeitskräften in der Kantine gemacht. Fokussierung und Fusionierung. Haben ein paar Frühpensionierungen geplant. Absolut. Und dann haben sie wahrscheinlich ein paar Leute aus der Küche einfach in irgendeinem Tonstudio abgezogen und gesagt, weisst du was? Sie haben Trudy zum 52. gesagt, schön, hast du es gesehen? Ja. Du hast noch ein kleines Päckchen. Elf Jahre zu früh, gehst du jetzt... Hey, wenn du Glück hast, reicht es ja für die Partei ja. Nein, ähm... Dort sind schon ein paar, die du sicher kennst vom SRF. Und zwar vor der Kamera, nicht hinter der Kamera. Richtig. Ja, ja. Schon klar. Nein, also ich gehe SRF-Kantine, komme hinein und dann kannst du auswählen zwischen drei Menüs. Und ich bin halt immer so der Sparfuchs. Das heisst irgendwie... Das eine heisst Global... Global, Traditional, Market Corner und Special. Und ich dachte so, alright, okay, cool. Eures Tom Kagei. Hast du es Global genommen? Nein, 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 da kommt es ja jetzt. Das ist das Problem. Ich komme hinein und sehe, es gibt Gord und Blö Bündner-Arts, die hat richtig geil. Die Massen sind wirklich selten. Du siehst, dass sie handgemacht sind. Okay. Kostet aber 19,50 Euro. Ich müsste im Moment gerade schon so ein bisschen sparen, halt ein bisschen Blödsinn gebaut. Finanziell ein bisschen Blödsinn gebaut. Nicht Blödsinn gebaut, aber es können ein paar Rechnungen, die wehtun. Und das heisst, ich probiere wirklich nicht unnötig viel Geld auszugeben. Ja. Das heisst, ich gehe an die... Du kannst so schöpfen und dann bogen sie das ab. Und dann kannst du meistens einen guten Schnapper machen, wenn du weisst, wie wir im Gewicht schaffen. Natürlich, indem du so anlöpfst. Ja, aber schon nicht ganz wie der DC mit der Türke. Ja, der DC mit der Türke, so, oder? Aber ich gehe an die Theke, schöpfe und sehe, es hat nichts mega Geiles. Denkt man, was? All die Grotumbläuferen, 20er schon, muss es nicht sein. 20er plus getrennt, muss es nicht sein. Also sehe ich, okay, jetzt eins, was ich will essen, es hat so geile Omelette gehabt, aber nicht gefüllte, die auf einem Bett von Pilz-Ragout gewesen sind. Und ich so, oh, gut, das machen wir doch. Ich habe gedacht, in Pilz-Ragout ist Fleisch. Dann haben wir so, gut, zwei, drei Omelette, Ragu drüber geschöpft. Und dann merke ich, einerseits auf dem Weg zur Kasse, der Teller ist deutlich zu schwer, für was ich finanziell vorhabe. Zweitens merke ich, auf dem Weg zur Kasse schaue ich an und merke, ah, das ist wirklich nur Pilz-Ragout. Da ist nicht nur schönes Boulet oder Kalbfleisch drin, sondern das ist jetzt einfach nur, und ich habe mir viel geschöpft. Pilz mit Knorr-Sauce. Also Pilz mit Brot-Sauce aus der Taube, weisst du? Eben die vom Knorr, oder? Ja, das Gordumbläufer kostet 19,50. Ich lege meinen Teller drauf, und es steht 1970. Nein. Und hier so zum Glück, habe ich auf das teure Gordumbläu verzichtet. Und es hat Gott, ich habe einfach nur Pilze reingeschaufelt und sehr, sehr schmacklose, so fucking Omelettes, Alter. Und das ist, äh... Meint man, macht man Fehler im Leben schon? Dieter Bollen hat ja in seinem ersten Buch, hat er erzählt, er hat in der Kantine, wo du nachher damals g'sähig hättest, hätt er immer das günstigere Menü g'nommen, das war 50 Pfennige weniger teuer, als die Klöße mit bla bla bla, was mein absolutes Lieblingsessen war. Aber weil er so n'n Geldfuchs g'sähig hättest, und so unbedingt hätt hätt'n sparen, hätt er immer g'nommen, was er super grusig g'wunden hätt, einfach wie's 50 Pfennig, Pfennig g'nstiger g'sähig. Ja, kann man's auch sagen, in der damaligen Zeit ohne Inflation 50 Pfennig, hättest du eine Hypothek davon zahlen g'l? Also 50 Pfennig damals, hättest du ja wie so, ah, du kannst eine Trabi kaufen für das Geld, von dem her, kann ich ja verstehen. Eben, siehst du jetzt, siehst du jetzt. Du, vor allem jedes Mal, wenn ich in einer Kantine bin, denk ich mir so, wieso bin ich, wieso nehm ich nicht mit? Wieso koch ich nicht für die Hälfte vom Geld vor? Die Hälfte vom Geld und der doppelte Geschmack, wieso koch ich nicht einfach vor? Und ich vergiss es jedes einzelne... Was ich geil finde an der Kantine, ist, dass man Salat gehabt hat. Und da haben wir nur beim traditional Menü, kriegst du nur beim einten Menü Salat dazu. Also meiner ganzen Salatbuffet? Doch, meiner Salatbuffet, ja. Eben? Ja, Entschuldigung, einfach Hasenfütter satt war, das gibt's doch nicht. Also, dort kannst du auch mit dem Gewicht arbeiten. Ja, ja schon, und dann, Alter, ja, und dann... Nein, Entschuldigung. Also, am Mittag lenkt mir das längst. Weisst du, ja, du wiekst bei drei Kilo. Und die Bewegung, die du machst, ist komische Dance auf der Bühne. Das ist so schmacklich. Auf den brauch ich die Karte. Ja, ja, schon klar. Willst du mir auch nicht erzählen, dass du vor der Show ein Salat lesest? Nein, vor der Show nicht. Hast du genug oft mit dir vor der Show gegessen? Dort muss ich rein schaufeln. Lachs-Niocchi. Ja, dort muss ich rein schaufeln. Schöne Lachs-Niocchi. Nein, ich habe tatsächlich nach eineinhalb Jahren... Nach eineinhalb Jahren SRF tatsächlich noch nie von diesem Salatbuffet geschöpft. Aber das habe ich eh immer gemacht, das ist das Geilste. Dort laufe ich ab und zu vorbei und weisst du, wieso ich es nicht? Ab und zu laufen. Da weisst du ja ab und zu dort hin. Wo ich auch denke, Freunde, also wirklich... Bohnen. Nein, Bohnen würde ja noch gehen. Thunfisch würde ja auch noch gehen. Thunfisch mit Bohnen, auch okay. Sie haben teilweise einfach so eine Schale Seedfleischsalat. Das ist... Kalte Seedfleischsalat. Ich denke so in... Entschuldigung. Das ist recht geil. Noch nie gehabt. Aber es sieht nicht gut aus, weil es sind so kalierte Stücke. Weisst du, es ist halt so geliertes Seedfleisch. Nein, nein, aber ich... Gut, wir reden von der Fernsehkantine. So schlecht ist die gar nicht. Leute haten die, denke ich mir so. Alter, er hat einmal so in die Kantine gegangen, wo ich... Ich bin im Freiburg im Nasen, wenn wir in Basel geseh. Alter, Kollege. Die Kantine ist aber... Da ist eine halbe Sonderwerkstatt geseh. No joke. Der eine, die gekocht hat einen Schlaganfall, war der hessigste Mensch auf dem Planeten geseh. Hat so rumgekumpelt. Und wenn er den geschöpft hätte... Also wirklich, er konnte froh sein. Und wenn er sich nicht anbehalten hätte... Du hast gefunden, dann kann ich genauso gut zu Hause essen. Ja. Nein, also wirklich, die Kantine, wo ich in die Schule gegangen bin... Äh, die Chefin war eine Liebe, die Francoise. Aber wenn du nicht zahlt hast, ist sie mit dem Ordner gekommen. Und hat wirklich, die hat Buchhaltung gemacht. Und das ist wirklich... Ja, was, wenn der nicht zahlt hat, logischerweise... Nein, das ist eine Anmeldekant. Das habe ich nicht gewusst, an welcher... Beziehungsweise, ich habe gedacht, ich bin angemeldet gewesen. Wenn ich zum Beispiel am Mittwoch, habe ich keine Mittagkante. Schön die Zeche geprellt. Ja, und dann habe ich teilweise gedacht, ich bin angemeldet. Und dann ist er auf der Strecke geblieben. Und dann hole ich halt Essen. Ich würde doch nie im Leben als 9-Jähriger irgendwie betreuen. Also weisst du, wie dumm bin ich? Und dann sitzt du dort... Bist du mit den 9ern im Gymnasium gesehen? Kollege, und dann... Die Schule heisst frästig! Nein, du hast dort... Du hast dort Preschool bis fertig lustig. Sicher nicht. Doch, doch. Ich habe gemeint, FG ist wirklich nur Gymnasium. Nein, ich bin dort reingekommen, in der Oberstufe... Nein, letzte Primarschule und dann Oberstufe. Äh, okay. Weil es eine Tagesschule gewesen ist. Äh. Hätte man mich schön parkieren können. Natürlich. Hätte man mich schön parkieren, Alter. Und dann ist wirklich... Kleine Matteo, weg! Und dann sitzt du dort... Sitzst du dort am Tisch und dann kommt sie mit dem Ordner. Und du weisst, ach, ich werde so gefickt, Alter. Und das Essen dort... Irgendwann haben sich Eltern beschwert, dass alle Kinder fett werden. Und dann haben sie es angepasst. Aber zum Beispiel eines der gängigen Menüs, die ich hatte, ist Hörnchenauflauf mit einer Tonne Käse und so halbierten Klöpfer-Raugen drin. Geil. Und ich bin fat as fuck geworden. Weil du hast für einen Zerner so viel holen, wie du willst. Ich denke. Und ich bin irgendwann so eine Tonne mit 13. Und dann so wie Soja fett. Das ist ja richtig geil. Weil beim Tag, wo es noch so geheißen hat, von meiner Schwester... Es ist so absurd. Haben sie immer am... Warte jetzt... Ich finde jetzt den Tag, aber ich weiss noch den Intervall. Sagen wir, am Dienstag hat es immer Salat gegeben. Und sie haben dann irgendwann erzählt, dass sie das immer am Mittwoch kaufen, weil er dann halbe Preise ist ins Migros. Und du bist so... Sind die voll behindert? Und dann haben sie einfach eine Woche lang den Salat im Tiefkühler gehabt. Kann irgendjemand von euch denken? Kann irgendjemand von... Oh mein Gott. Nein, ich habe tatsächlich das Gegenteil von den Tagen... Ich habe in einer Kita gearbeitet mit Küchen. Also effektiv mit Mittagstisch. Und dort war das Gegenteil davon. Was für eine nice Küche. Ich bin da teilweise reingelaufen und dachte so... Holy shit, die Kinder wissen nicht, wie gut sie es haben. Ja, ja, ja. Also wirklich so... Es macht eh keinen Unterschied. Weisst du, so Gemüse und Früchte vom Merianhof in der Grün 80. So frisch ausgemeilt und so. Mega gute Menüplanung. Mega gutes Essen. Und die Kinder auch so... Nein, sie isst sie nicht. Und ich so... Ist dir bewusst wie geil? Jo, aber das ist ja auch, wenn du für Kinder kochst. Also sie haben sehr kinderfreundlich gekocht. Aber da ist jetzt halt irgendein so alte Pastinake-Püree-Gerde. Ich denke sie... Okay, also... Ah, okay. Und dann einen kleinen Spiegel. Ja, einen kleinen Spiegel. Und eine Crumble. Und dann so eine eiblanchierte Spargelspitze. So neben der... Was sie mit der Bärsette draufgelegt hat. Genau. Angereicht mit so essbaren Blumen. So ein bisschen Blüten oben drauf. Was soll das? Nein, aber ich meine auch, wenn du dir überlegst, was du an Arbeit investierst, so, wenn für Kinder gekocht wird, oder? Wenn ich sehe, was Janik alles gekocht hat, wenn ich mal koche. Und dann ist es einfach so... Zum Teil wird ja nicht mal probiert. Probierst du es doch irgendwas? Nein. Bäh, bäh, bäh. Nope. Nein, du kannst das finden, was die Kinder essen. Ja. Und dann musst du es einfach fahren. Weil später ist es eh. Ich habe das gelernt. Right away, absolut. Ich habe das gelernt. Ich habe drei Staples, die ich koche. Mit denen fahre ich gut. Nein, wirklich. Du kannst mit so vielen Eltern reden und es ist einfach so, Hey, Luke, wir sind froh, wenn sie essen. Das ist so irgendwann der Satz, was ich sage. Wir sind froh, wenn sie irgendetwas essen. Okay, alright. They're not gonna die. Nein, nein. Und vor allem, wenn es ja einfach nicht nur... Nicht nur M&Ms und... Ja, also süsses, genau. Ich finde, wenn es halt irgendwie Nudeln oder Brötchen ist, dann ist es okay. Aber wenn es dann effektiv so Kinder sind, die sich halt nur von Schokopops ernähren, dann denke ich sie, das sollte für dich nicht der Fall. Schokopops zu vorspießen? Schokopops zu vorspießen? Ich habe keine Kinder-Bueno. Das gibt es ja im Fall. Alter, also... Kennst du Falk Pirczek? Ja. Der Berliner Kommissar? Falk hat mir erzählt eigentlich, glaube ich, ein Bit darüber. Oh mein Gott. Wo er gemerkt hat... Er war ja Lehrer in Brandenburg und ist dann vom Dorf in die Stadt gezogen nach Berlin. Ich glaube, ich war ein Primarlehrer. Er war mit Abstand der jüngste Lehrer in dieser Schule in Brandenburg. Megaherzig, vom Dorf in die Stadt gezogen. Recht lange nicht mehr bei seinen Eltern. Berlin gelebt. So ein klassisches Berlin-WG-Life. Irgendwie ein Comedian geworden. So ein bisschen crazy. Und er ist dann zurück zu seinen Eltern, und ist halt ein verlängertes Wochenende dort gewesen. Und dort hat er gemerkt, wie asozial seine Eltern sind. Weil seine Eltern... Das muss ich mal vorstellen. Trinken zum Morgen einfach so eine eineinhalb Liter Flasche Ja-Cola. Oh! Für so 50 Sets. Ja, Ausrufezeichen. Ja! Was ist das? Lidl, Aldi? Irgend sowas. Also das gibt es ja heute nicht mehr. Ja! So das blau-weisse Etikett. So wirklich so die Pilo-Cola-Form her. Wirklich so eine Tonnenzucker. Und einfach anstatt einem Kaffee leeren sie sich da, so am Morgen in die Luke, Aldi. Und dann so gesagt, Alter, wie gottlos! Weißt du, so ein Mettegel. So 10 Cent Brötchen vom Bäcker, die du halt nur im Kilosack kaufen kannst. Und dann einen Liter Ja-Cola halt. Oh! Rewe! Ah, gibt's noch? Rewe! Nein, glaube ich ja nicht. Waldglas. Uff! Ich gehe mega gerne in Rewe. Ich würde nur sagen, Breakfast of Champions. Hier noch ein paar Billigflocken. So nicht die richtigen Cornflakes, sondern auch so gut und günstige Cornflakes. Ja, die, die so komische Tiere drauf sind, die sind ins Kellogs. Kellogs hat die coolen Tiere. Und dann gibt's so die Tiere, wo du weisst, okay, gut, ihr seid irgendwie bei euch schwingt, das ist nicht richtig. Die, die sie abgeschoben haben. Ja, ja, nein, ihr seid auf Bewahrung. Weisst du meinst, der Kellogs-Panda ist cool oder der Nesquik-Hase, ist easy, Alter. Und dann gibt's so irgendein komisches Tier neben dir, aber dann denkst du so, Alter, kein Wunder bist du nicht. Vor allem ist es nicht wirklich ein Tier, sondern es ist irgendeine komische Kreuzung von drei verschiedenen Tieren. Ja. Es ist so eine Zebra mit Flecken. Es hat eine Sendung gegeben, ich weiss nicht, ob es die noch gibt, Secret Eaters. Nein, das kenne ich nicht. Waldklasse. Ich glaube, sicher englisch, ich weiss nicht mehr, BBC vielleicht sogar, oder private. Und dort ist wirklich einfach so, alles fette Engländer, die nicht checken, warum sie fett sind. Und da, Secret Eaters gibt es da. Die nicht checken, wieso sie fett sind. Gehst du schnell zurück? Also wie, also wie genau? Wobei, muss ich sagen? Ah, nur drei Staffeln. Channel 4. Also, und, äh, und was sie dann machen ist, sie sagen, okay, wir tun eueres Essen. The Meakin Family. Weisst du, normalerweise sind so, chill and steward, und dann einfach The Meakin Staffel 4. The Meakin Family. Oh yeah. Oh yeah. Alle. Und ich habe recht viel, in dem Fall, wenn es nur drei Staffeln gibt, habe ich recht viel von denen gesehen. Okay, crazy. Und, äh, sagen sie also, wir tun in dem Fall eure Ernährung, tun wir jetzt einfach wirklich beobachten. Und dann machen sie, unter anderem auch ins Haus, oder in die Wohnung, oder was auch immer, machen sie Kameras, mit jeder Snackbox, und was weiss ich. Und, äh, ich glaube eine Woche. Und an die Woche, nehmen sie dann so einen Tisch, und stellen auf den Tisch, was alles gegessen worden ist in der Woche. Und das ist faszinierend. Der eine ist wirklich so, der eine ist Taxifahrer, und der hat sich zum Morgen, das ist aber kein zum Morgen. Das ist einfach so, im Taxi, hat er sich einfach mal ein Döner auf dem Weg gegönnt, wenn irgendwie gerade nicht viel gelaufen ist, hat er so um halb 10, hat er sich einfach mal ein Kepap, mit Gyros, also mit Pommes, hat er sich reingedacht. Ja, meine, kleine Zwischenverpflegung. Ein Zwipf, sagt man damit nicht auch. Zwischenverpflegung. Absolut. Kleines Znü. Kleine Zwipf, und hat nur, nur Cola gesoffen, und was weiß ich. Und das ist aber für ihn natürlich alles nicht in der offiziellen Ernährung, was er ihnen angeben hat. Noch drin. Natürlich nicht. Nein, das sind natürlich also zum Morgen, dann hat er zu Mittag, dann hat er zu Nacht. Und die Einte, das ist aber vielleicht die Family gewesen, die sind einfach so, die gönnen sich zum Znacht, alles vor dem Fernsehen natürlich, irgendwie Chips und bla bla. Und beide, das sind die Älteren, saufen, pro Oben, saufen sie 5 Pints of Jackie Cola. Jede Oben. Jede Oben. Das heisst, das ist einfach schon mal 2 Liter Cola an sich. Plus die Kalorien vom Alkohol, plus der Alkohol, der seine Verdauung fickt. Plus noch einen halben Liter Jack Talies Pro. Ja, aber man muss sagen, die Leute wissen, wie man lebt. Entschuldigung, das ist eine gute Zeit. Ja, solange du im Sofa hockst, wenn du aufstehen willst, ist das nicht mehr so toll. Aber, die sind wirklich so, ich verstand es nicht. Ja. Und eine ist auch so gesehen, ich esse unter der Woche nur Salat oder was weiß ich, und dann hat sie auf die Soja. Sie hat gedacht, das ist ein Cheat-Weekend, welches wirklich einfach ist, 7000 Kalorien pro Tag. Ich kenne das. Ich kenne das sehr gut. Wenn die Maschine mal rattern, ich bin jetzt so schwer wie seit 14 nicht mehr. Das ist aber gezielt, also ich bin jetzt im Aufbau und ich esse auch gezielt mehr. Ich bin ein bisschen speckiger geworden, aber es ist mal ein Ausprobieren, von was passiert mit meiner Gesundheit und mit meinem Wohlbefinden, wenn ich mal deutlich mehr esse, als ich eigentlich Hunger habe. Und es ist bis jetzt eigentlich positiv, ich habe ein bisschen nicht zu viel geas, ich bin seit August eigentlich einfach am Essen, aktiv, dann, wenn ich nicht Hunger habe, wirklich reinfritte. So viel Eiweiss, so viele Kalorien wie halbwegs, klar, nicht die ganze Gummibärli und Schottimilch, das schon nicht, aber es ist schon so, alter, Mahlzeit-Snack, 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 Taxifahrer-Style, schon nicht so übertrieben, aber wo ich dick war damals, also eben, ich bin in die Mensa geholt, da habe ich auch sonst einfach, ich bin bis 16, ich bin aufgegangen, ich war mega schwer gewesen, mega übergewichtig gewesen, ich habe das auch nicht gecheckt. Weil Ernährung bringt dir ja niemand bei, das Einzige, was dir jemand beibringt, ist so die absolut behinderte Pyramide, wo im untersten, aber im untersten, in der breitesten Sparte von der Pyramide sind so Sachen wie Nudeln und Brot drin, wo ich denke, das macht die meisten Leute, machen Nudeln und Brot fett, weil sie endlos davor können rein shoppen und nicht checken, wie viele Kalorien, 100 Gramm Pasta hat 360 Kalorien, das ist insane. Weisst du wie du, weisst du wie du 300 Gramm Pasta, was über 1000 Kalorien sind, und da reden wir noch nicht vom Öl und vom Pesto und vom Käse oben drauf, heisst du, eine gute Portion Pasta, jetzt könnte ich jetzt ja eben auf die Soße durchfahren. Gute Portion Pasta mit Barilla-Pesto und ein wenig Käse, sind wir bei 1500 Kalorien, und zwar so. Jaja. Und Leute schnaufen das zum Mittag ein, und dann hast du eine Fanta dazu, es ist morgen. Und das klären ist ja, es ist fucking, weisst du, im Restaurant, ein Brot, wo du einfach schon mal 4-5 Scheiben essest, bevor überhaupt irgendein Vorspieß kommt. Mit Riefenöl. Genau. Und Salz. Wenn wir schon da sind. Oder der geile Krüterbutter, wenn du an einem guten Ort bist. Genau. Nein, und ich habe das nicht gecheckt, weil ich bin sogar in der Nahrungsberotung, also meine Eltern haben mir sogar geholfen mit der Nahrungsberotung, die haben auch gesagt, ja, sollen wir eine Portion essen, du sollst schauen, dass es ein Drittel Fleisch, ein Drittel Gemüse, ein Drittel Beilage ist, und ich so, ah cool, mache ich, ich esse einfach 3 von denen. Niemand bringt dir das bei. Und du checkst es auch nicht, du checkst, du checkst die Mathematik dahinter nicht, sie ist relativ einfach, aber niemand bringt das bei. Bis einer, wo in der Football-Mannschaft, wo ich damals gespielt habe, weil ich dachte, hey, Football ist der, ich wollte Sport machen. Ich dachte so, fette Leute können ja nie einen Sport machen. Aus dem Football. Aus dem Football. Ich habe wirklich gedacht, ich muss zuerst abnehmen, ich habe nicht gewusst, wie man abnimmt das, also ich dachte, ich will aber Sport machen. Ich bin Left Tackle gewesen, in der Defensive Line. Das heisst, wenn es macht HAT, du musst einfach stehen. Du musst einfach stehen und gegenpressen. Nein, du musst warten, bis du wachst. Du bist Defensive Tackle. Ich kann nicht auf der Soundcue losen, weil das ist Fake. Ich muss aus der Peripherie sehen, wenn das Center snappt. Und dann muss ich voll den Kontakt suchen, checken, was macht der Offensive Line-Man, blockt er mich in den richtigen, machen sie einen Run, kommt hier einen durch, geht durch ein Loch, also scheisse. Ich habe es nie gecheckt. Ich war ein horrible Football-Spieler. Horrible. Ich bin einfach dick und gross und darum ist es mein Sport. Niemand hat mir erzählt, dass es ultra-gewalttätig ist. Niemand hat mir erzählt, dass der permanent einen seinen Knacken bekommt. Ich habe im Football mehr Brain Damage bekommen, als in vier Jahren MMA. Bin ich hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich. Ich habe im Football eine schwere Hirnerschüttung gehabt, bin K.O. gegangen, auf dem Feld, bin aufgewacht, auf dem einen den Augen nichts gesehen, bin drei Tage später im Training gesehen. DANG! Nochmal, Alter! In der NFL haben sie ja jetzt neu das Protokoll, gell? Ja, das CD-Protokoll. Du kommst schnell ins blaue Zalt, die Woche draufstehst du wieder dort. Ja, ja. Sehr gesund. Really good. Aaron Hernandez zeigt, wie das funktioniert. Nein. Und dann hat mir einer von, ich bin der U60 und einer der U19, hat mir mal auf der Arne gesessen, hat mir gesagt, Alter, du bist fett, weil du mehr isst, als du verbrennst. Das ist ganz einfach. Und wenn du abnehmen willst, reduziere, wie viel Zucker und Kohlenhydraten du isst, mach fucking Kraftsport, geh einfach ins Gym, mach nicht viel, zwei, drei Mal pro Woche, es muss nicht übertrieben sein. Und hör auf Eistee trinken, hör auf Cola trinken, hör auf Schocke essen, iss Schocke, wenn du Bock hast, gezielt. Aber hör auf, Zucker ist kein Snack. Zucker ist nicht der Tufel, aber Zucker ist kein Snack. Zucker ist Energie, wenn du sie brauchst. Ich hab nur das, nur die Informationen gebraucht. Und das hat dir nie jemand gesagt vorhin. Das hat mir nie jemand gesagt. Bro, meine Eltern haben doch nicht, meine Eltern haben doch nicht checked. Meine Eltern haben, meine Eltern haben ihre Logik. Secret Eaters. Meine Eltern haben ihre Logik ist gewesen. Schocke allein, das ist ungesund. Wir essen keinen Schocke. Schocke mit einem Stück Brot, das ist gut. Was weisst du? Mehr Carbs? Ja. Gut. Nur Schocke? Nein. Schocke-Banane. Und meine Eltern, meine Mom hat halt immer gesagt, du darfst keinen Eistee trinken wegen den Zähnen. Ja. Und ich hab immer gedacht, ich putze mich nicht dreimal am Tag, ist schon easy. Ich hab immer gedacht, Eistee macht nicht dick. Ich hab nicht checked, dass in Eistee Zucker... Das hat mir niemand erklärt. Und bei diesen Leuten ist wahrscheinlich das Gleiche. Sie haben nicht das Wissen... Es wird ja auch sehr gern so anders proklamiert, wie... Wie hat das geheißen? Sicher Sugar Movie oder was auch immer. Wo eine Zeit lang ja auch von der Lebensmittelindustrie entschieden hat, dass Fett der Teufel ist. Und dann ist... Die Zuckerindustrie? Glaub ich? Natürlich. Aber du musst ja immer... Es sind immer Trends, oder? Dort hast du gerade gesehen, mega viel, mega viel Studien kommen raus, dass Fett mega ungesund ist, und was weiss ich. Und was ich nie werde vergessen, ist wie in diesem Film, und ich glaube, wir hatten es sogar schon mal davon, ein fucking Olympiasportler, der hat irgendwie Kanu oder irgendein Ding gemacht. Ja. Sie mussten sich natürlich Kanu Olympiasportler suchen. Einfach irgendeinen? Weil der Gewichtheber oder der Sprinter ein bisschen schlau war. Natürlich ist der Olympische Kanu... Alter, ich weiss doch nicht mehr. Ich weiss doch nicht mehr. Ich weiss doch nicht mehr. Okay. Du kannst ja immer Pepsi trinken. Das kannst du ja machen. Aber wenn du trainierst, wie der Floyd Mayweather. Aber wenn du trainierst, wie die 42-jährige Hausfrau eine halbe Stunde Zumba macht, solltest du vielleicht nicht einen Cola oder einen Pepsi trinken. Und vor allem, du hast ja wahrscheinlich eh schon genug Carbs zu dir genommen. Ziemlich sicher. Sehr Carb-heavy-Diet. Das ist ja selten die Sorge, dass du zu wenig Carbs hast. Und Kohlehydrate sind nicht der Teufel. Ich habe es selber gemacht. Ich habe immer geguckt, dass ich wenig Kohlehydrate, also nicht wenig, aber halt so viel, wie ich für den Sport brauche. Und ich merke so, wenn ich mehr esse, funktioniere ich deutlich besser. Aber man darf es nicht übertreiben, es müssen halt die Richtigen sein. Ich verbrenne Kohlehydrate im Schlafen. Das ist ja auch das Ziel. Also soll ich auch... Ich verbrenne auf konstant Kohlehydrate. Im Optimalfall bist du eine durchlaufen Hitze für Kohlehydrate. Genau. Ich kann Kohlehydrate hineinbiegen und ich schnaufe sie wieder aus. Ja, wenn du dir fast nur von Kohlehydraten nahrst und sonst auf Kalorien schaust, mit nicht zu viel Fett, es ist ja, was heißt, 1 Gramm Kohlehydrate hat 4 Kalorien, so viel ist es nicht. Und es ist ja die preferred energy source für die meisten Leute, die essen. Also es ist wie so, wenn du 2200 Kalorien mostly in Kohlehydrate zu nimmst, wirst du nicht zu... Also du kannst wahrscheinlich sogar noch mehr, wirst du nicht zu nehmen. Vor allem, wenn du dich nicht noch 2-3 Mal pro Woche ein bisschen bewegst. All good. Aber was halt, was halt Leute wirklich nicht wissen, es ist nicht mal nicht verstehen, sondern einfach nicht wissen, ist Fett sein oder nicht, bis auf 0,001 Prozent von der Bevölkerung, die ein Schilddrüsenprobleme hat oder vielleicht irgendeinen genetischen Defekt, ist Fett sein. Thermodynamik bedeutet, du nimmst so viel ein und du verbrennst so viel. Und solange das höher ist als das, wird der Körper die überschüssige Energie, die er in Form von irgendwas aufnimmt, einfach einlagern in Fett. Und das wird so lange gehen, bis halt der Verbrauch entweder gleich hoch ist und dann palt ist, oder bis der Verbrauch höher ist. Und es ist viel einfacher, den Konsum zu senken, als den Verbrauch zu erhöhen. 300 Kalorien verbrennen oder 300 Kalorien weniger essen ist a world of difference. Ja natürlich. Das ist huge. Das ist huge. Wenn du überlegst, wie lange der auf der Treadmill muss sein, für 300 Kalorien. Ja, nicht einmal das, sondern dazu noch, sagen wir, Treadmill ist das eine, der Low Impact Cardio, kann man machen, kann man jeden Tag machen. Aber wenn du 300 Kalorien mit Gewicht heben oder Kampfsport oder Rudern oder Klettern verbrennst, und das ist aber die 300 extra, die du brauchst. Sagen wir, der normale Sportumsatz sind 300 bis 500 Kalorien. Du weisst aber auch, ich esse nachher noch einen Sunday und ich will 300 extra verbrennen. Ob du 300 bis 500 oder 800 verbrennst, hat einen systemischen Einfluss auf wie gut sich die Körper erholen und du kannst nicht als normalstaublicher Mensch 800 Kalorien am Tag oder 300 extra verbrennen. Das macht die Körper über eine Woche vielleicht mit, zwei Wochen. Als Profisportler reden wir von anderen Zahlen. Aber die Fatigue, die du deinem Körper zutust, über die Zeit, wo du sagst, ich verbrenne es einfach, anstatt dass ich es einspare, ist nicht haltbar, oder? Wir tun so Leute leid, aber auch einfach weil, ich sehe dort als jemand, der selber wirklich schwer übergewichtig war, also schwer, doch sehr übergewichtig war und auch, also ich habe darunter gelitten im Sinne von, ich hatte Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, nie gecheckt, body image, brutale Probleme. Und da muss ich ehrlich sagen, Alter, es ist nicht so schwierig, Leute über das, es ist wirklich, wirklich einfach, Leute über das aufzuklären. Und, ich bin eigentlich im Felix Platterspital in der Ernährungsberatung gewesen, Alter, du kannst die Leute alle entlassen, mir in der Meinung nach. Du kannst sie alle entlassen. Du kannst sie alle entlassen und du kannst mit der Ernährungsberatung am Anfang ein YouTube-Video reinstellen, wo jemand erklärt, wie Kalorien und fucking Kalorien funktionieren, wie Verbrennung funktioniert, wie ein bisschen Recovery funktioniert und was die drei Makronährstoffe sind. Und das, also weisst, die kommen dann und zeigen da, mit so Gummi-Figuren, ein Kilo Fett und ein Kilo Muskeln. Das ist aber geil. Da, da habe ich Spass. Ja schon. Also, gehen wir mal. Meldet mal die an. Meldet mal die an. Das ist genau etwas für mich. Das ist wirklich, was ich sehe. Das ist natürlich mehr als das. Weisst du, wenn man das aufbärt, das ist mir schwerer, aber da ist man voluminöser. Und ich sitze, mit 15 hat man so, Girl, ich will ein Sixpack, weil ich bin unfickbar. Was ist schwerer? Ein Kilo Fett oder ein Kilo Blei? Alter, es ist beides im Gesicht. Aber die Fähre fliegt langsamer wegen Widerstand. So dumm. So dumm. So dumm. So eine 9-jährige ist mega stolz. Finden Sie das an einer Party? Das ist Ihr Party-Trick. Ist die gerade Kurve oder der gerade Kurve? Was? Nein, das gerade Kurve oder der gerade Kurve? Das ist eine Kurve, nicht die. Eben, das ist sie. Ich habe ihn ja schon versaut. Ich kann es nicht einmal mehr. Ich kann es nicht einmal mehr. Gut. Dr. Gutenrath, kommen wir zu deinem ersten Feelgood. Stimmt, ich muss jetzt Feelgood auspacken. Wie viele habe ich? Fünf. Fünf? Ja. Okay. Wollen wir gerade das Pulver verschießen? Das erste Feelgood seit letzten Mittwoch. Aber bei Feelgood ist es irgendwie nicht. Es ist Feelgood, aber es ist auch... Deine Tour kommt. Yes. Es ist Feelgood, aber es ist auch viel Nervous. Ja, das ist ja auch okay. Ja, ich bin... Also es ist der Launch, nachdem alles erfolgreich online war. Ja. Und ich nehme an, du kennst das Gefühl, ich kenne es zum ersten Mal, wo die Website online war, wo das Ticketing alles eingeloggt war und erst dann nicht vorhat. Also die Venues waren schon klar, die Tour-Stops waren schon klar, es war alles schon sozusagen in den trockenen Tüchern, was die Planung angeht. Aber, wo ich dann wirklich gesehen habe, okay, jeder Ding funktioniert, jedes Artwork ist aufgeschaltet, die Website funktioniert und ich kann es jetzt einfach mal stehen lassen und passieren lassen lassen. Mhm. Dort habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich dachte so, ah, okay, gut. Das ist mal den ersten Schritt. Ja. Das ist jetzt mal so der Take-off. Ja, erster Schritt. Es sind ja vorher schon ganz viele Schritte. Also weisst, es ist ja... Ja, aber für mich ist das so der erste fassbare Schritt gewesen. Hast du nicht Freude gehabt beim Artwork? Doch auch. Eben. Artwork habe ich Freude gehabt. Website. Bestätigungen. Du siehst einfach gut aus auf dem Bild. Ja, Motherfucker, das sind wir. Das bist ja nicht du. Matteo Gutenrath.ch Das ist fast ein bisschen Catfisher, muss ich sagen. Wirklich? Ja, aber das ist ja auch der beste Fotograf von der Schweiz. Sorry, das ist der beste Fotograf von der Schweiz. Young Eye. Es gibt keine besseren. Er kriegt es tatsächlich an. Erstens mal kriegt er es an, mit meiner unerträglichen Art umzugehen. Also er kriegt es an, mit mir ein Fotoshooting zu machen, wo ich halt wirklich so richtig dumm rüberkomme. Schau das andere, wo du das Käppchen an hast. Das ist nach Walten. Das war so... Das ist zwei Jahre alt, das Foto. Das eine ist what you see und das andere ist what you see Das ist richtig hart am Catfisher. Oben kommt... Oben kommt der Fuckboy. Fuckboy 2021. Oben kommt der Fuckboy. Geh nochmal hoch, Entschuldigung. Nein, hoch, hoch, hoch. In das Post. Das ist eben... Das ist lustiger. Das hat der Young Eye jetzt angekriegt. Das ist null die Idee gewesen. Wir hatten eine ganz andere Vision. Oder ich habe eine andere Vision gehabt. Und er kriegt es an. Und mittlerweile haben wir es ein bisschen durch. Jetzt glaube ich das dritte Shooting, das ich mit ihm gemacht habe. Und mittlerweile checkt er, dass er mich einfach labern und machen muss. Und er ist einfach wie so ein Schöferhund, der schaut, dass es nicht ausufert. Und zwischendurch drückt er im richtigen Moment ab. Und er sagt mir auch ganz klar, und das finde ich richtig nice bei Fotografen. Er sagt mir ganz klar, was er Scheisse findet. Und wenn er sagt, mach das nochmal. Nein, jetzt mehr das, mehr das. Und dann kriegt er aus 100 Fotos so ein. Das ist null der Plan gewesen. Man wollte ein freches Touche machen. Das ist eine Katastrophe gewesen. Er scheint es, wo du so das Mund aufmachst und noch so unfiltert zeigst. Nein, das kommt als nächstes. Als nächstes kommt das hier. Ja? Oder... Nein, warte. Haben wir ein Mikrofon? Oh, die Flasche ist das Mikrofon. Achtung, bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Oder Leute, die sich das Mikrofon so am Kopf hauen. Das Schlimme ist, ich habe schon all das Zeug gehabt. Oh, ich habe es noch vorne. Ich habe das Mikrofon ins Auge. Das haben wir, glaube ich, sogar gemacht. Was ist das gesehen? Wo habe ich es hergehabt? Ah, da habe ich es so gehabt. Mit der Hilfe total. Ja. Wo es das Mikrofon hält wie ein Kopfhörer. Eigentlich müsste ein DJ unten anrufen und sein Hörer, sein Eikopfhörer für das nächste Studio, für das nächste Abtour posten, müssen fragen. Das Telefon? Ja, so. Ja. Kennst du das? Es gibt einen. Was kommt jetzt? Der Lieb. Ich weiss nie, wie er heisst. Aber das ist in so einem Tag ein Kollege. Der ist auch immer ein Matsch. Und der hat so lange Haare, wo er sie zu einem Rossschwanz bindet. Und der hat einen goldigen Telefonhörer, wo er in sein Handy reinsteckt. Was? Und dann telefoniert er immer. Also einfach eine Halterung, wo er sein iPhone reinsteckt. So eine... Nein, 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 nein. Noch besser. Das hat einen Anschluss. Nein. An das iPhone. Und das hat er dabei. Und das ist ein goldiger Hörer. Wie früher so eine fucking... Zahlen... Ja, aber warte, das hat er mit mobil dabei. Das steht nicht im Stadion und telefoniert. Doch. Nein, Alter. Oh mein Gott. Mit dem goldigen Hörer. Hey, Kollege. Google das mal. Es geht's. Los, dann zu. Da ist meine Kamera. Ähm. Airpods, baby. Ja, so etwas. Ja, so etwas dort. Schön. Oh, Frugo. Frugo übrigens. Ich glaube übrigens... So ein bisschen wie das von Frugo. So ein bisschen so eins. Einfach entgoldig. Das entgoldig. Was für eine Legende. Und irgendein Kollege von Vujo auch. Ich kenne sogar zwei Leute. Stell dir das mal vor. Ich kenne zwei Leute. Vielleicht ist es ja dergleich. Vielleicht habe ich es nicht checkt. Ja. Hey, ich muss einerseits sagen... Einerseits sagen so... Hey, cool. Ja. Cool, cool. Bist du individuell unterwegs und machst dein Ding. Respektiere ich immer, wenn Leute das machen. Auf der anderen Seite frage ich mich schon so... Why? Why? Und jetzt kann man sich ja noch oft fragen. Ja. Einmal das ist ja sicher auf jeden Fall ein viel guter Moment. Auch zum... So ein bisschen Bezug zu dir zu knüpfen. Du hast mir ja von Anfang an... Also du hast ja sehr viel gesagt. Mach einfach mal. Also alte Kollegen, du kannst viel darüber reden. Aber machen musst du am Schluss trotzdem. Also es ist wie so. Es muss trotzdem gemacht werden. Einerseits. Andererseits. Bin ich jetzt einmal für diesen Teil doch auch sehr froh, habe ich den Rotschlag angenommen. Mal alles selber probieren. Also ich habe sie nicht selber. Du hast mir geholfen. Ich habe ein Web-Development-Team. Es sind immer diverse Leute. Ich habe eine... Ein Web-Development-Team? Ja. Ich habe eine Web-Designerin. 7000 in New Delhi. 7000 in New Delhi. Wo eigentlich nur meine Kreditkarte haben wollen. Und den zweitägigen Telefonen von der Profschenos. Herr Gunnar, haben Sie... Herr Gunnar, haben Sie eine Immobilie gekauft? Ähm... Nein, tatsächlich. Es ist recht... Drei Morgen Zoom-Calls. Eben gar nicht. Sie sind aus Basel. Und es ist wie so... Es sind... Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber manchmal basieren im Leben random Shit-Sachen. Also random Good-Shit-Sachen. Ja. Wo einem einfach so ein bisschen in den Schuss fallen. Ja. Und ich habe ja lange gekadert. Du hast ja mitbekommen mit... Wo mache ich meine Website? Wie mache ich das Web-Development dort? Äh... Die Website hier kaufen? Du hast das Universum gesehen. Machst du es selber? Dann habe ich gedacht... Du hast es ins Universum geschickt? Ich habe gar nicht ins Universum geschickt. Definitiv nicht. Alter... Ich wünschte, ich wäre zu Hause mit einem Aluhut mit einer Atenne oben drauf. So bitte, bitte. Der Secret. Nein. Und dann ist es effektiv... Es ist einfach an einer Comedy, an einer Show im Balz. Ja. Es ist die Freundin von einer Kollegin dort. Ich habe sie noch nie... Ich habe sie noch nie gekannt. Und dann ist sie dort. Und sie ist halt... Man hat irgendwie geschwätzt von sich. Was machst du eigentlich? Sie so, ich bin Web-Designerin. Ich so, ah, das heisst du machst Website? Und sie so, ja. Ja. Let's fucking go. Ich so, hattest du vielleicht Interesse? Ja. Und dann hat sie das Design... Also sie ist Designerin. Und dann hat sie das Design gemacht. Und hat es mir ein Kollege von ihrer geschickt, der das codet. Mhm. Und... Die Website ist sehr simpel. Ich habe ihr gesagt... Das ist das Krasse. Ich habe ihr gesagt... Du hast gesagt, sie soll sein wie mein Hirn. Ich habe ihr gesagt... Ja. Ich habe ihr gesagt, mach bitte... Kannst du eine Website machen? Binär. 1-0. Schalt den Arsch, Alter. Wo eigentlich nur einen Knopf hat. Und auf dem Knopf steht... Lärm. Der grosse rote Knopf. Kann man eine Website haben, wo Leute draufdrücken und es steht einfach... Unnützen. Lärm. Nein. Und sie hat es dann ihm geschickt. Und sie haben es mega schnell... Ohne dass ich irgendjemand... Ich habe ihr einfach... Ich habe ihr einfach gesagt, ich will... So stelle ich es mir vor. Und sie haben die Erwartungen übertroffen. Innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Super user friendly. Ja. Und haben es dann mit mir zusammen aufgeschaltet. Haben mich Step by Step an der Hand genommen. Und haben mich für... Ich muss es ehrlich sagen... Für... Way below Market Price. Dort... Aber auch weil sie es halt so ein bisschen haben unterstützend durchgeführt. Ja. Und du hast mich wahnsinnig gut unter... Der berühmte Kulturrabatt. Nicht mal der Kulturrabatt, aber es ist eher einfach so... Auch für sie... Ich glaube es ist das erste Mal, dass sie zu zweit so etwas gemacht haben. Auch für sie so ein Learning gewesen. Wo sie wie können sagen... Oder wo sie für sich auch entdeckt haben. So... Ah, wir können es auch selber entwickeln. Ja. Ja. Und du hast mir brutal viel geholfen bei allen dummen Fragen. Und... Also... Every step of the way... Äh... Unterstützt. Und dann wo es dann eben online gegangen ist und ich gesehen habe so... Ah ok cool. Das erste Ticket ist verkauft. Ich kann das mal durch sein. Und ich dachte so... Okay. Jetzt bin ich gesehen. Nice. In Basel hast du ein Ticket gekauft. Wirklich? Nein. Verdammt. Ticket kaufen, um dann nachher auftreten zu müssen. Du bist ja schon bewusst, Alter. Dass ich dich vor einer Karre spannen... In Basel. Ich habe einen kleinen Mario Bard gemacht. Ich denke, ich kaufe oft alle Tickets. Also das Lustige ist... Ich hoffe... Also er hört das du wahrscheinlich nicht. Aber ich habe... Du musst gar nicht auftreten. Ich habe einen Kollegen, der hat... Der hat... Er ist gut betucht. Mhm. Und er ist ja recht ein Troll. Mhm. Das ist eine schlimme Kombination. Mhm. Und er könnte effektiv... Er könnte das pullen. Und ich habe Angst, dass er es pullen würde. Weil... Wenn er auf die Idee kommt, würde er es machen. Und er würde mir nichts davon sagen. Und dann hätte ich einfach so... Ah cool. Mega geil, Alter. Der Olti nicht ausgekauft. Das ist wieder... Der Olti hätte niemals... Das ist... Wir haben ja gesagt, wenn wir das Geld hätten, würden wir Charlie irgendwie den Milkmaster 3000... Einfach bestellen. Ja. So Sachen macht er ja. Also er hat ja seinem... Das hast du gerade erzählt. Er hat ja seinem... Sein Bruder an die Geschäftsadresse... Du kannst da auf... Dildo King... Kannst du dir äh... Life Size 1 Meter 20 grossen... 20 Kilo schweren... Riesedick kaufen. Er kostet glaube ich 900 Euro. Und er hat auf seinem Bruder an die Geschäftsadresse geliefert. Weiss so Sachen. Ja so. Er hat einem anderen Kollegen so einen... 5 Kilo Topf Fisting Butter. Und so eine schwarze Silikonfust... Also weiss so... Heim bestehen. Er wohnt halt mit irgendeiner Freundin zusammen. So Sachen. Ja. Und äh... Gut. Also... War eigentlich... Eben, du müsstest einfach nicht auftreten, wenn du alle Tickets nehmen kannst. Jo, ich will ja trotzdem... Ich will ja... Ich will ja, dass Produkt stimmt. Von dem her... Ja. Tatsächlich. Vielgut Nummer 1 ist äh... Matteo Gutenrath. An Filter. So heisst die Nummer. Nächsten März geht's los. Und das können wir sicher... Also das Ziel ist ähnlich wie du. Ich kopiere einfach das Format. Zwei, zweieinhalb Jahre auf Tour. Ganze Schweiz. Ich werde alles... Hoffentlich... Mehrmals dürfen spielen. Und dann... Auch das Programm wirklich können. Über die Zeit. Das Ziel ist ganz klar. Das Programm entwickeln. Und äh... Dann... In der Zeit hoffentlich mehr Aufbauarbeit. Das passiert ja sowieso. Voll. Ich merke ja jetzt schon. Ich bin jetzt schon so ein paar Bits am raus... Kennst du, wenn du ein Bit ausgrabsst und merkst... Ah sorry. Fuck, seit Jahren. Das ist ewiges hart, dass du das gespielt hast. Gefällt mir aber eigentlich noch. Ja. Und dann spielst du es. Und du spielst es... Weil das vor einem Jahr das letzte Mal gespielt ist, spielst du es jetzt komplett anders. Du möchtest es. Das gefällt mir viel besser. Weisst du was ich meine? So Sachen fange ich jetzt einfach zu machen. So ein bisschen. Und das ist... Das ist eigentlich Feelgood Nummer 2. Ich bin wieder sehr fest im Prozess drin, Comedy zu schreiben und zu testen und zu machen. Ja. Und das ist immer... Das ist mein Lieblingsgefühl für immer. Ja. Mein Lieblingsgefühl für immer ist, 20 Leute an einem Open Mic. Ich habe eine neue dumme Prämisse und die Leute lachen. Forever. Feelgood Nummer 2. Doing the... Also working on the craft. Für Tagout. An einem gratis Open Mic, wo ich eine Apfelschale trinke, wo ich nachher so durchwahl davon. Ich trinke immer im Balz Apfelschalen. Wirklich? Und auf dem Heimweg merke ich so... Vor allem nachdem du sehr sehr lange über Ernährung geredet hast. Das ist die beste Idee, sich oben Apfelschalen reinknallt. Hey, sie haben kein Alkohol, frisst Bier, ich will Coca-Cola Zero und ich trinke kein Alkohol. Verdammt. Und ich brauche so ein bisschen... Das ist so mein Treat. Ich bastel mir dort... Jetzt kommt das Rezept. Apfelschalen mit Mineralwasser und Apfelsaft. Aber dann kommt der Trick. Zwei Limettenschnitte rein spritzen. Ja. Richtig geil. Siehst du, das mache ich einfach ohne Apfelschalen. Wasser mit Limetten? Ja. Ja, okay. Oder Zitonen. Also irgendwie muss schon geil werden, oder? Das ist viel, was man muss rein. Nein. Das brauchst du. Das ist definitiv hier gut Nummer 2. Und das ist jetzt... Ich bin... Es hast auch du gesagt. Man macht dann ein Solo und ab dann, wo man es publischt, aber auch vor allem... Und das kommt ja noch, wenn du dann Backstage bist und merkst so... Oh, oh no. Die tusten alle nur für mich. Also weisst du so... Das ist jetzt mein Shit für die 80 Minuten. Ich habe jetzt schon gemerkt so... Oh... Es ist zwar in fünf Monaten erst, aber es ist so... Oh... Da muss jetzt aber etwas aufs Blatt... Weisst du... Da muss jetzt etwas haben. Ja. Und das motiviert aber dann gleichzeitig, dass man sagen... Fangen, dann spiele ich Open Mic und ballere durch. Ja. Das ist genau so ein Moment, wo dann wieder rausgeschnitten wird für so einen dummen... Für so einen dummen Clip, wo wir nicht miteinander reden. Was? Weisst du nicht mehr? Ein Kollege von mir hat das mal gemacht. Wo er mich einfach so... Yeah. Mhm. Wo er einfach nur Zwischengräusche rausgeschnitten hat. Kannst du auf mein... Wenn man das einfach so kreieren? Ohne, dass es muss... Ich habe gerade was sagen. Es ist genau das gewesen. Kannst du auf meinen YouTube-Channel... Also ich kann mich an so einen irgendeinen Clip erinnern... Aber ich... Also ich werde ja mittlerweile vermemet. Das ist jetzt traurig. Mittlerweile machen Meme-Pages Memes über... Das ist richtig traurig. Was? Meme-Pages? Jo, ich bin vermemet worden. So 404-Videos werden teilweise vermemet und so völlig aus dem Kontext zusammengeschnitten. Wirklich? Da bin ich teilweise... Jo, die Velo-WM haben sie gottlos vermemet. Also richtig funny. Wirklich? Ja, ja, haben sie vermemet, Alter. So jetzt musst du irgendwie... Bei den Shorts... Ja, es gibt ja auch effektiv Leute, die mein Gesicht... Irgendwie vermemet haben und so... Und Anstationen... Anstationen... Follower, die vermemen. Schau jetzt, da ist er, der Matteo. Oh boy. Ja, also hit me. Achtung. Ja. Alter, da sollte ich wieder aufs Grollen, Alter. Lass es raus, ey. Irgendwie... So. Ja. Das ist ganz schlimm. So. Das war's. Vieles Gedanken. Sie hat es mir unter den 10 Egel, Alter. Wollen wir anfangen? Ui. So. Entschuldigung, habt ihr nicht irgendeine bessere White Balance als das? So sehe ich ja... Wir bleiben. Das ist der Wahnsinn. Aber so sehe ich ja wirklich nicht aus. Das ist der Wahnsinn, Kollege. Aber du hast ja Farbe im Gesicht, die ich nicht... Yeah. Ja, aber es ist ja immer so. Ja. Schau nur auf dem Bildschirm. Lern dich mal rüber. Auf dem Bildschirm bist du... Bist du einfach nur... Nein, ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Ja, ja. Du bist einfach der eitlen Gockel. Ja. Bist du einfach ein eitlen Gockel, oder? Also willst du mir ja nicht erzählen, Alter? Das würde... Weisst du, wie fest ich Eitelkeit abgelegt habe? Ja, okay. Was? Sag, okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Parktherapie. Schauschuhe. Bühnenoutfit. Showoutfit. Ja. Mit dem Wasserspray vorne dran. Entschuldigung, dass ich mich für das Publikum... Ja. ...mühe gebe. Nein, das ist schon ein bisschen eitel, oder nicht? Nein, das ist wirklich nur für... Spiegel schauen. Was? Hohrblondieren. Hohrblondieren. Wie so ein Pinsel. Irgendwie bin ich ja die Leute gekommen. Irgendwie bin ich ja die Leute gekommen. Mit der Comedy lag es nicht. Lange dir nicht, dass wir für den Roots... Ich habe jetzt auch deine Werbung bekommen, deine neue, auch Legende. Ja. Ganz kurz posten und dann... Nein, nein, nein. Eitelkeit ist massiv. Nein, du bist tatsächlich kein eitler Mensch. Er ist massiv runtergehalten. Ich habe sie gehabt. Kennen glaube ich niemanden, der mehr über sich selber lachen kann wie du? Eben, ich habe sie gehabt. Da habe ich gemerkt, wie Comedy ist Eitelkeit einfach Gift. Oh. Generell ist... Das habe ich gemerkt, wenn ich mir die Leute anschaue und nicht... Also ich bin ja... Es wird auch immer weniger, vor allem... Ich bin letztens durch mein Instagram gescold und habe ganz runter gescold. Und dann dachte ich so, Alter, nein. Hast du gemerkt? Ragazzi! Tonight we go party! Nein, nein. Aber es ist einfach so, dass... Es ist ja damals, ist meine Unsicherheit so hoch gewesen, dass mein Schutzschild einfach gesehen ist... Äh... Eine gewisse... Mein Schutzschild ist eine gewisse Asozialität gewesen. Oh, weisst du was bei mir gewesen ist? Weisst du, wie viele Fotos es von mir gegeben hat? Irgendwann rauchend. Ganz wichtig. Weisst du, immer irgendwie noch eine Kippe im Mund. Ja. Oh mein Gott. Das ist mein... Nein, mein Coping-Mechanismus ist einfach... Es ist schwierig einfach gesehen. Und das habe ich heute noch teilweise. Je nach sozialer Situation gehe ich in das hinein. Dass ich einfach zu mache und mir denke so, ich spreche jetzt mal nicht mit Leuten. Und ich schaue jetzt mal ein bisschen düsterer, dass ich ja in Ruhe gelassen werde. Ja. Und das ist am Anfang meiner Kommunikarriere. Das ist alles so durchgesickert. Ich habe ja letztlich... Also mir hat das letzte mehrere Leute gesagt. Zum Haemfall. Ich habe die jetzt schon drei Jahre nicht mehr gesehen. Und jetzt habe ich sie per Zufall in dieser Show gesehen. Und du bist ja umgekehrter Schuhe. Ja. Du bist ja ein anderer Mensch. Und ich denke so, ich merke es nicht. Aber schein es merken es Leute. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich mich verändert habe. Das ist das Feedback, das ich bekommen habe. Und dort merke ich eben Eitelkeit im Verlauf einer Comedy-Karriere. Einmal von meiner. Und wenn ich meine Vorbilder anschaue, merke ich so... Die Comedians, die sich inszenieren, sind nicht die, die mir gefallen. Ja. Die Comedians, die lowkey, funny und selbstironisch sind, sind die, die mir am meisten gefallen. Ja. Du siehst kein Comedian mit einer... Also ausser der Felix Lobrecht. Aber bei ihm ist es auch so halb selbstironisch. Du siehst eigentlich kein Comedian, auch wenn sie das Geld hätten, mit einer volldiamanten Rolex im Privatjet ein Instagram-Foto. Es würde nie passen. Es könnte nicht gehen. Der Kevin Hart macht es. Jo, aber der Kevin Hart ist so... Da muss ich sagen, das ist auch noch so ein bisschen Black-Culture. Oder nicht? Er ist so ein bisschen so eine Black-Culture-Person. Er ist einfach der Comedic-Rockstar. Genau. So ist ja immer der Hashtag. Aber das Lustige ist, wenn du daneben schauen gehst, ist es eine Story, die hundertprozentig nie so passiert ist, wenn er anprobiert, im Starbucks etwas zu bestellen, wo er mit den Bestellungen nicht rauskommt, weil er noch nie im Starbucks war. Und du denkst, äh, 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 es geht nicht mehr ganz auf, Alter. Ja, ja, ja. Es geht nicht mehr ganz auf. Sie kaufen an jedem Ort, kaufen sie fucking Xbox und 17 Games, wo sie nach dem Hotelpersonal schenken. Ja, ja. Aber du gehst dann, äh, du gehst dann in Starbucks. Ja, aber ich sehe jetzt einen, also ich habe ihn schon länger nicht mehr auf Instagram gesehen, aber ich sehe ihn schon nicht flexen, unbedingt. Nein. Eben das meine ich, er flexet schon nicht. Und das Lustige ist, er macht, gut, weisst du, was ein richtiger Flex gewesen ist? Dass er irgendwie fünf Tonnen Schnee in sein California Home bestellt hat, damit seine Kinder einen White Christmas haben. Nein. Das war echt ein Flex. Echter Schnee. Und wie haben sie das eigentlich in Agri? Ja, Kunstschnee. Kunstschnee. Ich habe schon gedacht, sie haben wirklich irgendwo einen Aspen, hätte irgendein Arm anstecken müssen für eine Sonne schauseln. Also Kunstschnee heisst ja dann gleich, äh, einfach kalte, äh, kalte Flüssigkeit, wo es schmilzt. Ja, schon. Ja. Also Kunstschnee kannst du mit einer Schneekanone mit dem Wasser verdammt machen. Also ich meine wirklich so Leute, die Schnee kaufen, nehmen und dann transportieren lassen. Ich weiss nicht, wie er es gemacht hat, aber es fiel schon auf jeden Fall ein paar Tonnen. Er hat es schneien in seinem Garten oder was? Also sie ist schon geschmolzen, bevor es am Boden kommt. Ich bin auch schon... Nein, nein, nein. Sondern es ist wirklich einfach... Er zeigt nur das Video, wie sie dann am Spielen sind. Okay, alright. Das ist recht ein Flex. Aber ich finde zum Beispiel bei seinen neueren Sachen, hat er eben mega, mega geile Bits über seinen Umgang mit Fame und wie die Leute auf ihn reagieren und wie einfach so... Lustig, wie es die gleichen Probleme, die auch irgendwie, weiss ich auch nicht, jemanden hat, der nicht so, so huge, äh, erfolgreich ist, werden einfach wie transportiert. Ich finde das Bit so lustig, dass der Seinfeld eine Brick-Oven-Pizza hat. Also Brick-Oven, wo er Pizza macht, oder? Und er ist irgendwie eingeladen beim Seinfeld zum Netz Nacht und es sind einfach nur wisse Leute, oder? Und er. Und dann hat es halt irgendwann der Seinfeld so, hey, do you want some Brick-Oven-Pizza? Und alle so, wow, voll geil, ja. Und dann hat sie so einfach so singen, so Pop, 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 B.O.P., weissch? Brick-Oven-Pizza. Und er so, fuck, ich will das auch. Das ist einfach sein Gedanke. Das Einzige ist, ich will auch eine Brick-Oven-Pizza. Und sein Problem ist dann, dass dann nur Kollegen von ihm zu Hause sind und die haben überhaupt keinen Bock auf Pop. Der ist so, Pop, Pop, und dann habe ich so... Also, hören Sie auf... Gut, ja, das sind nicht mehr Kollegen. Wir sind nicht Privileged White-Pizza, die jetzt mega Bock haben auf Brick-Oven-Pizza. Ich frage mich, es ist eigentlich gar nicht Brick-Oven-Pizza. Wenn ich so Mini-Privileged White-People-Funde anschaue, es ist ja der weird, flache Gasofen, wo eine Steinplatte drin hat, wo irgendwie 800 Grad von oben wird. Weisst du, was ich meine? Es gibt so die einte Marke, wo die Pizza, glaube ich, in 45 Sekunden dauert und dann ist sie perfekt oder so. Das glaube ich aber schon. Ich habe es noch nie gehabt. Ich warte immer noch. Ja, okay. Nein, es reicht ja. Kannst du ins Margarita in den Steinen gehen, kriegst du eine gute Pizza. Man muss nicht alles... Das ist so. Kannst Buitoni... Ja. Kannst Dr. Oetker, Alter. Oh mein Gott, wie viel ich mir Dr. Oetker früher immer Pizza Hawaii aus dem Deutschen geholt, wo ich Rea Park all den Wochen an World of Warcraft spielte und dann so mit 16, weil ich älter in der Ferie war und einfach Buitoni... Du wärst nicht checkt, wo du fett bist. Ja, nein. Das hat mir niemand erklärt. Dazu ein schönes Sprite. Nein, ich habe damals... Oh mein Gott, ich bin Energydrink-Abhängig gewesen. Und zwar alle. M-Bütsche. Hi. M-Bütsche ist... Kannst du noch Battery? Ah, Battery. Das sind die geilsten gewesen. Die geilsten für mich waren. Eine Zeit lang konnte ich sie nicht mehr trinken. Jetzt würde ich es mal wieder probieren, sind die... Fire. Burn gewesen. Burn, so haben die Geissen. Burn. Die roten mit Kirsi. So ein bisschen Kirsi-Gemacht. Battery ist noch geil gesehen. Ich habe das schon mal gesucht. Und Dings, Alter, was ich getrunken habe. Gottlos. Ich habe immer am Dienstag Theater-Workshop gehabt, weil ich von meinen Eltern... Genau. Oh mein Gott, die gibt es noch. Die gibt es nicht wirklich. Das ist irgendwie... Nein, das ist nicht das, was ich meine. Scroll mal ab. Es ist das Bild unter rechts. Dort. Das auf Burn Energydrink. Unter rechts bei den Bildern. Das ist es. Das, die Flamme. Genau. Die gibt es nicht mehr. Weisst du, was es ist? Irgendwie sind sie mal aufgekauft worden. Das kann man da sicher alles nachlesen. Ja. Ähm. Oder der Name ist haftig weitergegeben worden. Und zwar ist, Achtung. Burn ist, genau. Das Energy-Getränk von Coca-Cola. Wo Red Bull auf dem Markt kam, haben anscheinend, das ist so eine Urban Legend, haben Coca-Cola und Red Bull einen Pakt gemacht. Ich gehe nicht in diesen Bereich und du gehst nicht in meinen Bereich. Mhm. Und die Sekunde, wo Burn kam, ist... Auch wenn sie das nicht... Mit Red Bull Cola rausgefahren. Richtig. Ja. Das grusigste Getränk, das je auf dem Markt war. Red Bull Cola. Mit Gin war es noch geil. Ja okay. Ja okay. Aber aus anderen Gründen. Weil es einfach doppelt reingeschappert hat, oder? Also, und vielleicht gibt es das immer noch. Anscheinend. Oh, die waren auch gottlos. Ah, hochkonzentrierte Burn-Shots. Ja, ja, oh mein Gott. Katastrophe, hör auf. Das ist so Ami... Ja, ja. In den Starten kriegst du so 5-Hour-Energy-Shot kennst du den? An jeder Tankstelle. Dickpilz und 5-Hour-Energy-Shot. Direkt nebeneinander. Direkt. Auf welchem Formel-1-Karren sind sie gewesen? Zeig nochmal. Das interessiert sie jetzt wieder. Ja, das nehmen wir jetzt. Wer haben sie gesponsert? Welches Grott verlochten? Rexona. Sorry, auf dem geilsten. Der Lotus ist so geil gewesen. Ist Lotus Renault gewesen? Renault? Schau mal. Schau da unten, Burn und Rexona. Rexona finde ich der stabile Sponsor Rexona. Rexona ist noch geil. Hä, aber wieso Lotus Renault? Weil sie den Renault Motor haben. Aber warum denn Lotus Branding, wenn Renault sowieso den Motor macht? Ey, das hast du ja noch oft. Du hast ja auch McLaren Mercedes. McLaren hat auch den Mercedes Motor drin. Was war das? BMW Sauber? Genau. Und was für ein Motor? BMW Motor. Ich glaube nicht, dass es der BMW Motor. Hat BMW Formel 1 Motor gebaut? Ja, warte jetzt. Oder haben sie nur den Namen gegeben? Ich weiss es nicht. Sauber jetzt gerade ist Ferrari-Customer. Eben, weil du bist der Experte. Aber ich denke, ich kann mich nicht erinnern, wenn BMW, wenn ich je Formel 1 geschaut habe. Ja. Ja, das ist das BMW Auto. So, what? Nein. Sauber. Ja. Ausser der Dings alte, der Dings äh, der alte, wie heisst der fucking... Marques. Marques. Marques hat bis zum letzten bisschen an Honda festgehalten. Ja. Aber nein. Und dann hast du einfach gesehen, ich meine, jedes fucking Piffchen, jeden Stall hat sich einfach am Schluss Ducati geholt. Ja. Ja. Das ist auch eine Katastrophe gesehen. Dann ist es einfach so... Ich weiss nicht mehr, weil... Eine Saison ist es einfach so gesehen. Alle, die Bridgestone haben, haben nur milde Chance zu gewinnen. Alle, die Pirelli haben, können einfach zu Hause bleiben. Können sich einfach kreuz und quer. Wirklich? So schlecht gesehen? Einmal ist es ein riesen Unterschied gesehen. Du hast nicht wechseln in der Saison? Nein. Du hast einen Verträger. Ähm, Battery. Du führst gleich nach Battery. Was ich getrunken habe, sind... Ich bin immer... Es hat ja in den Steinen der Spar gegeben. Dort, wo jetzt der Chicory drin war und jetzt ist er, glaube ich, in so einer Shisha-Bar drin. Ist das kein Spar mehr? Nein. Oh, Entschuldigung. Alter, der Boomer. Alter, der Boomer. Alter, der Boomer. Alter, der Boomer. Du hast in eine mega asoziale Rolltreppe da rauf gehabt. Und ähm... Wie sieht die Battery-Auszeigen? Hast du ein Bild? Von Karlsberg. Ganz wild. Bilder sucht man auf Google, Christoph. Nicht auf Wikipedia. Oh mein Gott. Wikipedia. Wie fucking alt ist er denn? Also wirklich, muss man dir unter die Augen... Lütenst du ja bei San Jose an? Und fragst du, ob sie noch eins von diesen Internets haben oder was? Ich meine, das kannst du ja nicht atmen. Und dann bin ich in Dings... Dann bin ich in Spar und habe mir damals geredet, es hat glaube ich 1,50 Euro gekostet. Das hätte jetzt eine Liter Flasche in einer... Jetzt musst du mich festheben. In einer grauen Flasche. Du hast nicht mal reingesetzt. Ich muss noch Energy... Sie ist grau gewesen. Eine graue Flasche und sie ist ein Eisbär drauf gewesen. Oh! Weisst du, was ich meine? Aber ich weiss nicht, dass das eine Flasche gegeben hat. Also es hat... Und ich habe immer am Dienstag Nachmittag einen Liter Energy Drink eingeleert. Also ich meine, ich glaube 11 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Also etwa 100 Gramm Zucker. Und dann nachher mit dem Herzflattern des Todes in diesem Theaterworkshop. Nein, ich bin wirklich Energy Drink... Er sieht nicht mehr so aus. Er hat eigentlich wirklich ausgesehen wie Naturacel. Ohne Scheiss. Bad to it. Noch nie gesehen. Oh, und dann haben sie irgendwie... Oder hat es noch einer gegeben, der Monday geheissen hat? Die Guarana, die Grünen, haben viel trunken bei mir in der Schule. Du erzählst du eigentlich einen Drink Drink. Okay. Aber es ist mehr... Das ist mehr so ein Design-Stück. Das sieht weird aus. Irgendwie... Ich glaube... Das würde ich nicht trinken. Monday Energy Drink. Das fände ich ungesund. Du erzählst du eigentlich einen Drink Drink. Ich bin aber heute tatsächlich... Wenn ich einen Energy Drink trinke... Ich probiere von dem eigentlich so weit wie möglich wegzukommen. Da... Da ist der Shit gewesen. Die gibt es noch. Wirklich? Die gibt es noch. Ziemlich sicher. Die gibt es noch. Ja nicht? Bei Prag? Nein, die gibt es sogar im Kiosk teilweise. Aber nicht Manko. Die geils-schwarzen. Nein, die geils-schwarzen. Die gibt es noch. Ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal einen Energy Drink mit Zucker trinke habe. Also wirklich, das muss ewig sein. Also die trinke ich seit Jahren nicht mehr mit Zucker. Es ist ja wirklich nur ein pures Gift. Red Bull Sugarfree ist das einzige, was ich trinke. Und nur für den Geschmack. Ich finde es einfach ein ultra geiler Taste. Ich liebe den Taste. Ja, das habe ich auch geil gefunden. Aber das lustige ist, wenn ich dann mal eins trinke, ist es einfach nochmal so viel geiler. Ja, normal ist es insane. Aber das kannst du wirklich eigentlich nur... Wenn wir jetzt vor dem Lines-Rennen gesehen sind, da hast du ausserhalb vom offiziellen Glant, den Moment, wo du rausläufst, hast du einfach hunderttausende von den Red Bull Mini-Karen, wo sie die fette Dosen hinten drauf haben. Ja. Und einfach so Promo-Dudes und Girls, wo dir gerade vor Ort einfach das Red Bull aufmachen und so in die Hand gehen. Und es ist eiskalt. Und es ist eiskalt. Und ich glaube, dort habe ich meine 3-Jahres-Ration trinkt an diesem Weekend. Ein normales ist nochmal geiler. Weil es ist einfach so viel klar gesehen. Du läufst raus und du kriegst einfach eins in die Hand drückt. Und sie machen es dir schon auf, damit du das ja auch nicht keinen Schiff behalten kannst. Das habe ich mir... Das ist ja ein smarter Move. Das habe ich mir tatsächlich so ab meinem 13. Geburtstag oder so, ist das meine Geburtstagstradition gewesen, dass ich am Morgen einen Red Bull trinke durfte. Ich durfte nie einen Red Bull trinken. An meinem Geburtstag durfte ich einen Red Bull trinken. Mein Bruder ist in den Laden gegangen am Morgen und hat mir einen Red Bull geholt. Mein erster Red Bull hatte ich, Achtung, mit 6 hatte ich das. Urrrr. Urrrr. Weil auch dort... Und dann 4 Tage wach. Ein Vater, der keinen Plan hatte. Dort hat er noch beim Radio gearbeitet. Auf dem Bruder Holz. Dort hatte es eine sehr geile Kantine. Und dann habe ich so, was du von der Werbung kennst und so. Ich bin ja auch 8 gewesen. Auf jeden Fall viel zu jung. Ja. Und dann so, was willst du trinken? Und ich so, so etwas. Und auch so. Dürfst du das schon trinken? Und dann fragt er einfach zu der Dude, wo in der Kantine kocht? Ja. Ja, ja. Der Typ mit dem Hohel und der Gummihant schon so findet. Hey. Wo einfach noch schnell einkassiert. Und dann so. Dürfen wir das? Wie alt bist du? So, weißt du gar nicht mehr, bis 7, 8 oder so. Und dann so. Ja, ja, das geht schon. Ja. Und dann macht der Koch auf zu mir so, der fettigste Zwinker. Wirklich? Und ich so, okay. Und dann. Und dann? Und als ich 12 war, habe ich... Dann, was ist passiert? Hey, nichts. Wirklich? Ja, wahrscheinlich einfach, weil ich so viel Zucker in mir schon drin hatte. Aha. Weil ich kann mich daran erinnern, wir sind mit Freunden in... Warte jetzt. Ja, sorry. Mit 12 habe ich beim Basketballtraining... Vor dem Basketballtraining habe ich Red Bull gesoffen. Und ich habe so gut gespielt, wie noch nie in meinem Leben. Ja. Dann habe ich gefunden, ich bin der König. Das nächste Mal zwei. Aus dem Select-Automat. Weißt du? Für 3,50. Vier schon? Halber Sack, gell. Weck, wirklich. Der Select-Automat hat genommen. Ich ging mit zwei Red Bulls. Ich hatte irgendwie dreiviertelstunden mit dem Tram bis zum Training, gell. Ich hatte im Tram beide Red Bull gesoffen. Kommt ihr da? Alter. Ich hatte ein Grinwee von meinem Leben. Und ich habe fast gekotzt. Mir ist so hunde Elend gegangen. Bumpy? Komplett. Komplett? Und wirklich... Von aussen gesehen hatte ich das Gefühl, kennst du diese Wobbly-Dribblers? Die, die wirklich einfach so... Wenn sie versuchen, den Ball zu dribbeln, und sie sehen aus wie Gummi. Ich hatte das Gefühl, ich hatte so spiellich. Also ich hatte noch nie ein Basketball. Okay. Weekend? Nein. Wegen Dings. Teilweise braucht es kein Koffein bei Kindern. Wir sind... Wir haben... Alter, wie war ich? Vielleicht so 15? 16. Wir wollten ganz lange schon mit der Familie nach Amerika. Und es ist nie zu teuer, bla bla. Und dann irgendwann Geld gespart. Und dann war klar, meine Eltern haben sogar Urlaubsgesuche eingereicht, dass wir länger in den Herbst fähren können. Das war wirklich vier Wochen in den USA. Und mein Dad hat... Freund von früher, der dort wohnt in San Francisco, Silicon Valley, all den fucking... Früh auf den... Früh auf den... Wie heisst das? Äh... Äh... Daily Chips gemacht. Und dann ist einer der besten Chipmacher. Und dann hat er fucking Cash gemacht. Und er hat eine geile Hütte. Und wirklich so... zwei Strassen von Mark Zuckerberg entfernt. In so einem Vorort. Okay. Und er hat halt recht coole Kinder und eine coole Frau gekommen. Wir sind mit denen gecampen. Mhm. Und sie haben halt wie einfach uns irgendetwas eingekauft. Halt in einem Walmart. Und ihren... ihren Sohn... Sein älteres Mädchen und ihren Sohn ist damals so... Sechs oder sieben gewesen. Und wir haben halt für das ganze Camping Weekend für die Kinder so kleine Gatorades können kaufen. Ja. So in... So ein ganzes Ballet in tausend verschieden... Fruit Punch, Mango... Alter. So die behindertsten Namen. Was ist es gewesen? Glacial Blue. Und so... Was? Was ist Glacial Blue für ein Geschmack, Alter? Das ist nicht einmal ein Geschmack. Es ist einfach etwas. Und er hat... Ohne, dass wir es gewusst haben, so drei oder so von denen einfach runtergeschletzt. Ja. Ein Kollege. Und ich krieg einfach nur noch mit, wie er... Und ich meine... Also ich kann es nicht anders beschreiben. Kennst du den Film Ab durch die Hecke? So einen Disney Pixar Film. Ich glaube. Wo einen Eichhörner den Espresso trinkt. Ah, ja. Oder einen Eichhörner trinkt der Red Bull. Ja. Und nachher ist es wirklich so. Das Eichhörner lebt in Zeitlupe. Und alles... Das Eichhörner ist Topspeed und die Welt ist Zeitlupe, weil das Eichhörner so auf dem Affe ist. Der Bub ist so dermaßen. Und ich meine, ich habe noch nie ein Kind gesehen. Der Vater hat ihn am Schluss ins Zelt reinten, das Zelt zugemacht und abgeschlossen. Und er ist mit dem Zelt... Du hast nur gesehen, wie das Zelt rumgekommt und so auf dem Zeltplatz. Wirklich einfach so ein schreiendes, hüpfendes Zelt. So eine Stunde am Stück. Und er hat dann am Zelt Saltos gemacht. Und er hat wie das Zelt nicht angemacht. Ja. Und er hat sich einfach mit dem Zelt herumbeweckt, Alter. Und er ist komplett ausgeflippt. Und dann haben wir alle, alle, den Rest der Ferien Gatorade gemacht. Und bei mir, dass ich zuschauen konnte, wie er wirklich flattert. Und dann von 0 auf 100 heult, eine Sekunde später Knocked Out dort legt und pennt. Oh mein Gott. Und es ist nur Zucker. Gatorade hat ja kein Koffein. Nur Zucker gewesen. Und Elektrolyt. Und Elektrolyt, genau. Es ist ein Sportgetränk. Genau. Es ist ein gesundes Sportgetränk. Wo eben alle die fette Footballer saufen. Aus dem Kübel. Wir hatten das damals als Pulver. Wir mussten das anrühren vor dem Spiel und so. Auch den heissenen Pulver. Ich finde es voll geil. Wir hatten so einen riesigen, so einen klassischen College-Bucket Gatorade. Wo es so deine Flasche schmeckt. Alle so grusigere Flaschen drin auffüllen. Vorletzt. Vorletzt weekend habe ich in NFL geschaut. Und dann ist immer so ein Defensive, so ein Linebacker, ähm, wo Interception fängt. Ja. Und dann natürlich musste losrennen, um den Touchdown zu machen. Ja. Du, das ist etwa 180 Kilo oder so. Das ist aber kein Linebacker. Hä? Nein, Defensive irgendetwas. Ja, End und Tackle hast du an der Line. Defensive End und Tackle. Die Ends sind eher athletisch, sind auch... Nein, nein, nein. Hast du wirklich offen? Dann ist er Tackle. Defensive Tackle. Okay. Und der rennt 60, 70 Yards. Ja. Am Schluss wird er irgendwie sogar noch gefangen, also hat der Touchdown nicht gemacht. Und Flagge, das hat eh nicht zählt. Oh. Das ist dann. Wenn du siehst, einfach nur eine Aufnahme, wenn er so, sehr, sehr langsam auf die Bank läuft. Und du weisst, der ist nicht mehr für das nächste Play. Nein. Der ist weg. Ich habe damals den Superbowl geschaut, alter 2009 oder so. Pittsburgh Steelers gegen Ravens gehabt. Mit Big Ben. Steelers gegen Ravens, genau, mit dem Rötisberger. Und Steelers haben eine Interception gefangen auf der One Yard Line. Und der Typ ist an allen vorbei und hat, glaube ich, einen 99 Yard Interception Touchdown gemacht. Ein Member. Das war der Rekord. Was damals Rekord gewesen ist. Und dann filmen sie so, alter, Celebration, alles. Und dann halt wie so, im Football tut es halt, nach einem Play tut es halt auf drei Minuten, bis der Ball wieder im Spiel ist. Und dann siehst du so, okay, gut, Special Teams kommen aus dem Feld, es gibt Kick-Off und alles, sie haben eine Two-Point-Conversion, haben sie probiert und so. Und dann siehst du halt einfach so, sie reden so, oh mein Gott, unglaublich, 99 Yard. Und dann filmen sie zu ihm und siehst dann einfach, wie ich so im Zelt mit einer Fuhrstoffmacht. Einfach so, am Heiven. Einfach so völlig daneben. Wo ich dachte so, oh, der ist fast gestorben mit dem Ding. Aber, sechs Punkte gemacht. Gott, ich habe, weil du wie viel Football spielt. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Saison als Football gespielt. Und es ist schon immer am Sonntagmorgen mit einem fucking Bus nach Alt-Ink. Wir sind nach Landquart und Gladiators. Gladiators. Die alten Kollegen, so Freundschaftsspielen mit der zweiten Liga irgendwo ins Walsche gegen irgendwie so, gegen Neuchatel Dax. Und die haben gar kein volles Team gehabt. Die haben so Leute von der U14. Ich weiß noch, das ist so der Name gewesen. Ich meine, also Freundschaftsspiel gegen die Liga, wir müssen die Saison aufwärmen. Und ich einfach so, ich bin damals U19 D-Line gewesen, 105 Kilo schwer, richtiger Mocke. Und sie haben mir einfach irgendeine Arme aus 16 Offensive Linemen hingestellt. Und ich habe dann einfach jedes Play einfach aufgelöpft und geschmissen und aufgelöpft und geschmissen. Aber dann gegen U19 habe ich hart auf die Fresse bekommen. Aber komplett. Oh mein Gott, habe ich auf die Fresse bekommen. Ich war, glaube ich, nicht einmal Starting Defense. Ich glaube, nicht ein einziges Mal. Ich bin immer eingewechselt worden, wenn man entweder eh verloren oder eh gewonnen hat. Das ist das Allergeilste. Das hatte ich dann, als ich bei der ersten Juniormannschaft war beim Basketball. Ja. Dann bist du auch so, du gehst in irgendeinem scheiss Büsschen, fährst irgendwann mal den Arsch vor der Welt, für das sie dann irgendwann im dritten Viertel dir so eineinhalb Minuten gehen, wo du mal irgendwie zwei 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 Würfe kannst machen, wo du natürlich beide super hart airballst. Weil es weder die Position oder der Look ist, um es zu machen, aber du findest, ich habe jetzt den Ball. Ja. Steph Curry. Steph Curry vom Midfield, Alter. Das habe ich nicht gehört, aber es war schon klar. Ich habe das gesehen. Das ist so das Steph Curry. Kein Swish. Nicht einmal das Brett getroffen. Irgendetwas. Ein Airball. Ganz schlimm, von der Seite, dass er irgendwie noch ans Backboard geht, dass er automatisch out ist. Weißt du so? Nein, 16 bin ich in der Starting Line gewesen und habe stabil gespielt. Und 19 dann nicht mehr. Bin dann aber auch 19 nach einem Jahr wieder raus, dann wieder rein. Ich habe nie wirklich... Ich habe nie... Ich habe nicht... Auch dort im Sport, es ist auch wieder etwas, was dir niemand erklärt. Das ist normal, dass du vor einem Wettkampf dir fett in die Hose schiessest. Ja. Und das Learning kommt durch das, dass du es trotzdem machst. Und das habe mir nie jemand erklärt. Ich habe immer gedacht, alle anderen sind super confident. Und ich stand dort und sehe halt die fucking gegnerischen Center, der beste... Alter, der Landquart Center, Alter, der beste Center der fucking Liga war. So ein Bauer. 2 Meter gross, so Hände mit 19. Der ist nicht 19. Die Zürcher haben auch einen gehabt. Der ist nicht 19 gewesen. Ich bring dir einmal einen Touchdown. Wirklich genau. Und das Center... Und ich halt wirklich einfach so Kollege, weisst du, seine linke Schulter haben, ging an. Und auch einfach snap den Ball, packt mich und gibt mir einfach eine Kopfnuss nach der anderen. Und ich halt wirklich so... Und dann hat mir niemand gesagt, dass es dazugehört. Und dann habe ich gedacht, der Sport ist halt nicht für mich. Und sie haben mich richtig gebrochen. Und dann nach dem Game, nachdem sie sich fucking 30 zu 8 runtergestampft haben, ist dann nach dem Spiel zu mir gekommen und haben gesagt, heb keine Angst, nächstes Mal. Und ich so, Alter... Was? Heb keine Angst, Alter. Bub, musst du keine Angst haben. Nein, Alter, dann bin ich wirklich auf die Welt gekommen. Ich habe zu einem von meiner Teammates gesagt, alles ist normal, dass du Angst hast. Fatshaft innen rein. Irgendwann machst du es. Ja. Aber das bringt dir niemand dabei. Es sind alles komische Sachen. Gut, bei dir ist eine Chance sehr hoch, dass du es einfach nicht gehört hast. Ja. Weil ich habe immer gerne die Leute, die sagen, ah, wenn ich das nur einmal gehört hätte, dann denkst du, allein ich habe dir das schon 15 Mal gesagt. Nein. Ich würde mir jetzt tatsächlich aus dem Fensterland sagen, es hätte wahrscheinlich damals niemand gehabt. Ich habe noch nie im Sport so eine Toxic... Also es ist lustig gewesen. Ich bin einfach, ich bin so ein Late-Bloom-Teenager gewesen. Es sind alles normale Teenager gewesen und ich bin halt noch ein Kind. Ja, ja. Ich bin sehr kindlich gewesen und sie sind schon wirklich Männer gewesen. Ja. Und wie ich meine, ich bin in der U16 mit einem und der hatte so eine kreuzende Vollbart gehabt. Ja. Und ich hatte noch nicht mal so Haare im Sack mit 14. Es war halt so der Unterschied. Genau. Und es ist rough. Football ist wirklich... Und ich habe gerade geduschen. Der hat sich riesenrohr. Ja. Du bist so... Darf ich das überhaupt sehen? Haben sie mir auch gesagt. Der eine ist wirklich so, im Training, oder mich angerämpelt, mich umgerämpelt und gesagt, hast du nichts verloren? Du bist eine Pussy. Und ich so, oh shit, okay. In diesem Fall gehe ich. In diesem Fall gehe ich. In diesem Fall gehe ich. Team Spirit. Ja, ich hatte auch einen Coach, der fand, wenn die Defense noch einen Punkt kassiert, trampe ich euch alle nicht ins Genick. Am Besuchertraining. Also ich vor allen Eltern schreie, dass ich trampe euch alle nicht ins Genick habe. Und die so, jawoll! Endlich! Nein, das war nicht meine Sprache. Also ich habe dann auch aufgehört wegen diesem Coach. Ja. Und ich habe gefunden, Alter, ich funktioniere so nicht. Also ich meine, ich war am Nachmittag in der freien Musikschule im Klavierunterricht. Und dann rüber kam ich da hin. Und wenn du nur einmal einen falschen Ton spielst, trampe ich ins Genick. Trampe ich ins Genick? Das war fucking crazy. Sorry, ich störe schnell. Aber es ist ja mein Podcast, also störe ich, wenn ich will. Und zwar sind die letzten Termine von meinem Solo-Programm Zero Online. Geht jetzt schauen auf meiner Webseite www.joel-vomutzenbecher.ch Kauft Tickets und kommt vorbei. Es wird bombastisch. Ah, wie lange haben wir es? Wir sind mal zu dem dritten Feelgood gekommen. Dritte Feelgood? Ja. Hm. Zwei Sachen. Material erarbeiten und dein neues Solo. Ja. Das wärs. Viel mehr ist es im Moment gerade nicht. Sonst bin ich ein recht angespannte angespanntes Arschloch. Also was immer wieder ein Feelgood ist, wo aber viel Bad vorangeht, ist, ich weiß nicht, bis letztes Mal schon, ich habe sicher über meine Beziehung geredet, aber es ist etwas, es ist etwas, ich lerne je mehr, je länger ich... Du hast gesagt deine Freundin. Meine Freundin ist vieler Beziehung. Ja. Hast du gesagt. Also nach wie vor, aber es ist halt so etwas, wo ich muss sagen, wo... Wir haben immer wieder, haben wir jetzt gemerkt, ich glaube, es ist ein typisches Beziehungsmuster, wo ich glaube, sehr gesund ist. Wir haben sehr harmonische Episoden, wo... wo dann... Kein Streit, wir streiten eigentlich nicht, aber wir haben wie harmonische Episoden gefolgt von einem Konflikt, gefolgt von Reibung. Mhm. Und die Reibung passiert, und wir wissen beide nicht wieso, wir sind aber beide, ich würde sagen, reflektiert und liebend genug, oder wir haben genug EFF, wir haben genug Respekt füreinander, dass die Konflikte nie so filmmässig... Du machst immer das, fang ins fliegende Teller und jetzt laufe ich zuerst mal um, ich gehe einfach mal Autofahren, weisst du das, wo man so von seinen Eltern kennt vielleicht. Und noch irgendetwas, jetzt bist du wie deine Mutter. Jaja, oh. Best. Der Best, Alter. In jedem Film ist das... Und weisst du was, die Ferien können wir gerade hören. Nein, kannst du gerade, weisst du, einfach so, sich irgendwie verunsichert und verletzt fühlen, und dann einfach so mit einem Rundumschlag einfach so finden. Ah, und übrigens, das, was vor 6 Monaten dort passiert ist, das kommt jetzt. Das machen wir nicht. Und darum bist du mit 9 fett gewesen. Ja, genau. Übrigens, deine Mutter hasse ich. Das machen wir tatsächlich nicht. Das machen wir nicht. Aber es ist... Es ist unangenehm. Es ist sehr unangenehm, weil... Weil wir... Also ich, aber wir beide in dem Moment, und es ist wirklich ein Muster, wo wir so erkennen, und wir reden viel darüber, und es ist dann in dem Moment, verstehen wir nicht, was passiert da gerade. Es ist sehr unangenehm. Etwas stört dich, Etwas stört mich. Es ist nicht mal ein Störer, sondern es ist einfach, wir haben jetzt gerade Reibung, und wir haben jetzt gerade wirklich einen Konflikt, der nicht ein verletzender Streit ist, aber es ist ein Konflikt. Es ist eine Spannung, ein Ungleichgewicht. Und dann müssen wir es, dann müssen wir es, als erwachsene Menschen, auseinandernehmen. Und, äh, und meistens ist es nachher so, dass wir erstens verstehen, um was es gegangen ist, zweitens beide unsere Positionen gegenseitig verstehen, uns können entschuldigen und uns auch werden entschuldigen und dann sagen so, und aus dem lernen wir jetzt etwas, sonst machen wir besser. Ja. Und das ist in meinem ganzen Leben auf freundschaftlicher Basis, familiärer Basis und romantischer Basis noch nie passiert. Noch nie. Ich hatte noch nie jemanden, der mit mir angesessen und gesagt hat, Alter, also das sowieso noch nie. So eine Freundin, so Alter, da muss man es tun. Bro. Bro. Das wäre ein Trainingsgrund. Bro, wir müssen reden, Bro. Bro, wir müssen reden. Bro, komm noch an den Bahnhof. Bro, Merk. Bro. Oder einfach nur Bro. Und dann musst du so, was ist das? Kennst du die Leute? Einfach nur so, Joel. Und dann nichts mehr. Und du so, Nein, das ist mir noch nie passiert. Und es ist, es ist, es ist, es ist erarbeitete, von teilweise, ich würde sagen, Schmerzen ist das falsche Wort, aber teilweise von Spannung und Unsicherheit begleitet, Feelgood. Weil es ist, es ist ein Moment, wo man hinsitzen kann. Und wir haben das schon gehabt, wir haben das schon mehrmals gehabt, wo wir, wo wir, wo wir hinsessen sind und gesagt haben, so wie das jetzt gerade ist, kann das nicht weitergehen. So wie das jetzt gerade ist, machen wir es vielleicht noch drei, vier Jahre, aber wenn sich das kumuliert, wenn sich das, wenn sich das, wenn sich das fast jeden Tag einen Millimeter füllt, ist es in fünf Jahren so voll, dass es irreversibel zu voll ist und dann ist die Beziehung sowieso am Arsch. Ja. Das heisst, wir erkennen es jetzt und wir sprechen es jetzt, wo es trotzdem, obwohl es unangenehm ist, wir sprechen es jetzt an. Mhm. Und wir probieren jetzt, etwas in der, in der Auswurzelungsphase so in den Weg zu leiten, dass es nicht später ein Baum ist, wenn die falsche Richtung gewachsen ist. Und die Erkenntnis und die Ehrlichkeit, aber auch der Mut, weil das ist mutig, ähm, mit jemandem wie mir zusammen zu sein, wo, du kennst mich, wo, wo sehr, viel, äh, labert und, 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 und nicht kann aufhören und whatever the fuck. Ähm. Dass sie dann der Mut hat zu sagen, schau, das, das stört mich, oder, oder, meistens ist es, ist es etwas Emotionales bei uns beiden und dann sind wir zuerst völlig so, what the fuck is, was, was, was ist das eigentlich überhaupt? Wir checken es gar nicht. Ja, ja. Und dann müssen wir es, wie eine fucking geflochtene Schnur auffädeln. Mhm. Und das ist fucking anstrengend. Yeah. Aber jedes Mal danach. Ja. Denken wir so, und jetzt verstehen wir uns besser. Mhm. Jetzt haben wir ein, ein weiteres Problem, nicht immer gelöst, aber wir haben einen weiteren Blickwinkel drauf. Und, wir vertrauen uns mehr, dürfen Sachen, also jetzt mal, wenn das passiert, gehst du nachher raus und denkst so, ah, okay, das heisst, ich kann Sachen ansprechen. Mhm. Das heisst, ich darf Unsicherheit erkommunisieren. Das heisst, ich darf Vulnerabilität zeigen. Und das ist im Nachhinein dann so etwas, wo, 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 wo ich dann wirklich dorthin denke, Jesus Christ, bin ich lucky in dieser Position. Es ist ja, äh, es ist ja, äh, das ist ja oft, wenn du, äh, wenn du hörst von Beziehungen, oder Problemen, oder was weiss ich, sind ja oft Leute, die sagen, ich kann mich nicht öffnen. Oder? Irgendwie, das ist das Problem, ich lasse niemanden an mich annehmen, oder da, 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 da. Und das ist halt eben genau das. Es ist eigentlich begleitet von, wo zuerst, wie du sagst, äh, mühsam, anstrengend, aber die Vulnerabilität, Verletzlichkeit, äh, die effektiv offen zu legen, braucht mega viel, aber die Belohnung danach ist mega hoch. Wenn das funktioniert. Wenn die Bereitschaft da ist, von beiden Seiten zu sagen, ja. Genau. Wenn das äh, äh, eine Beziehung ist, wo sich beide Menschen lieben und... Und die Bereitschaft ist bei mir nicht immer da gewesen, obwohl ich, obwohl ich, die Emotionen haben gestummen, aber ich komme aus einem Haushalt, wo in einer Argumentation Gewinnen, das oberste Gut gewesen ist, und nicht zu verstehen von der Situation. Weißt du, ich meine? Ich kenn das. Und ich merke immer zum Beispiel ein Muster, das wir erkannt haben, ist, sie bringt etwas ein, was sie stört. Mhm. Und sie kommuniziert in den Momenten, beispielsweise, das ist jetzt, äh, das ist überhaupt nicht immer, aber es ist einfach etwas, ein konkretes Beispiel, wo sie zum Beispiel etwas stört, und sie kommuniziert es dann eher emotional, nicht mega emotional, aber eher emotional, weil ihre Emotionen, die sie spürt, der Mut gibt zu kommunizieren. Zum Beispiel etwas stört sie, dann ist sie hässig, und die Wut, wo keine grosse Wut ist, das ist auch schön, es wird nie geschrauen, es wird nie beleidigt, es ist crazy fucking, wie verhalten das Ganze ist, aber die Emotion Wut lässt sie, gibt ihr den Mut zu sagen, so, und das stört mich, können wir darüber reden. Ja. Bei mir kommt es dann, in Anführungszeichen, aus dem Nicht, dann denkt man so, mein Ego fühlt sich verletzt, weil meistens sagt sie etwas, was stimmt. Mhm. Sadly enough, Sadly enough, werde ich von dieser tollen Frau nicht einfach grundlos kritisiert, sondern meistens in Sachen, wo ich dann, wenn ich länger darüber nachdenke, merke ich, ich habe einfach kein Argument gegen das, weiss ich meine. Ja. Aber im Moment, wo es passiert, merke ich emotional, der kleine Jube in mir drin, fühlt sich verletzt, weil er fühlt sich ertappt. Ja. Und dann, anstatt dass ich in dem Moment darauf eingange und sage, fühle mich verletzt, aber reden wir über die Punkte. Mhm. Weil irgendetwas ist schon dran. Ja. fange ich an zu sagen, kannst du es nicht anders sagen, weil der Inhalt ist okay, aber so wie du das jetzt gerade völlig unangemoldet, aus dem Nichts kommunizierst, ja. und man hat vielleicht keine Du-Botschaft müssen, also ich fange dann an zu technisch argumentieren, ja, ja, ja. nicht inhaltlich, und schwäche so ihre Argumentation sehr stark ab, sodass sie sich am Schluss fragt, also ist es überhaupt valid, was ich gerade eingebracht habe, weil ich würde gerade Classic Gaslighting. Ich würde gerade auf einem technischen Level zerbefrimmeln. Und das musst du dir aber vorstellen, dann kommt sie zu mir und sagt, sie hat das Gefühl, dass ich so kommuniziere. Ich natürlich wieder so, musst du es so sagen, mache ich gar nicht. Und dann in, aber in der Diskussion, bleiben wir trotzdem halbwegs sachlich genug zum verstehen. Also wir sitzen das aus, das ist auch der krasse Shit, wir sitzen es aus. Wir sitzen dort, beide in der Sauna und das Uhrlein ist bis sieben Minuten, wir wissen, wir müssen 15 machen, wir schwitzen beide, es ist scheisse, aber es ist so, wo wollen wir ran. Sauna Diskussion? Nein, aber es ist so, das ist Sinnbild, wir sitzen dort und... Euch hat jetzt zutraut, dass ihr wirklich in einer Sauna findet? Also komm, redet mal jetzt schnell drüber. Nein, wir sind vor ein paar Wochen auf der Melchsee Frut gewesen, im Spa Hotel und das Einzige, was wir in einer Sauna machen, ist Bodyshapes für Leute judgen. Also nicht judgen, sondern einfach... Also wenn Leute rauslaufen, sagen so, Alter, hast du den Dude gesehen? Wir haben so einen Dude gehabt, der hat brutale Aubei gehabt, ich habe ihn noch nie gesehen, also das machen wir das auch, nie so Aubei gesehen. Also entweder der Fussballprofi oder irgendwie seine Mutter hat damals über dem Fass getrocknet, weiss ich so. Rausgehängt. Nein, und dann musst du halt irgendwie können und das ist für mich ein sehr grosses Feelgut und ich rede auch nur so, wie soll ich sagen, öffentlich über so etwas Privates, weil ich denke so, Alter, einmal mehr hat mir das mal jemand gesagt, dass das normal ist. Das kriegst du nicht mit! Ich weiss nicht, ob es normal ist. Es ist löblich und es ist mega schön, ich weiss aber nicht, ob es normal ist. Also ich glaube, dass es normal ist, dass eine gesunde Beziehung Jordan Peterson, Periods of Peace punctuated by a good fight. Ich glaube das ist, ich glaube das ist, das klingt für mich, das klingt für mich halbwegs nach einem gesunden Muster. Ja, aber... Man öchert sich an, man öchert sich so fest an, dass man merkt. Ich habe mir gemeint, was ist die Definition von normal? Nein, das ist... Keine Ahnung. Was heisst normal? Nein, aber... Dass es vor 100... Haben dir deine Eltern je beinbrucht? Dass es vor 180 machen? Nein, aber haben dir deine Eltern oder irgendjemand als Vorbildperson je beinbrucht, dass eine Beziehung, nicht nur den Notebook und verliebt dreiviertel Jahre lang bumsen und Ben & Jerry's essen und dann irgendwie... Irgendwann merkst du, das ist auch nur ein Mensch. Eben, das Problem ist ja... Das bringt ja immer es bei. Das Problem ist ja auch dort, dass es ja immer sehr persönlich konnotiert ist, oder? Das heisst, wenn jemand dir sagt, wie Beziehungen funktionieren, dann ist es, weil so die Beziehungen bei der Person funktioniert haben oder auch nicht funktioniert haben. Nein, 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 nein. Ich finde, man kann schon generell sagen, hey, es braucht deutlich mehr als nur Emotionen und es braucht... Es braucht... Es braucht... Also ich... Ich glaube... Also alle Rotschläge, die ich gekriegt habe, sind absolut für die Tonne gewesen. Same. Natürlich. Meine Mutter hat mir mit 14 gesagt, mach per SMS Schluss. Ist einfacher. Eben, aber das ist ja... Ja, aber das ist ja... Zum Beispiel für sie... Keine Ahnung, in dem Fall gesehen, SMS... Oh, das ist etwas Neues. Hat sich noch nicht... Nein, 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 nein. Sie hat nicht gesagt, mach per SMS. Sie hat gesagt, meine vier... Alter, ich bin jetzt in der Sommerferie eine, zwei Wochen aus Rieren. Date. Weisst du, wir sind nicht zusammen. Wir sind zusammen. Wir sind miteinander gegangen. Literally das Label. Und dann hat sie mir megaherzig eine SMS geschrieben, hey, ich glaube es ist besser, wenn wir uns nicht mehr treffen. Ja. Sehr ehrlich, sehr herzlich. Und meine... Ich sage es meiner Mama, weil natürlich keine Ahnung, das erste Mal, dass jemand mit mir das gemacht hat. Ich so... Ich habe aus dem Buch raus wieder zurückgeschrieben, hey, verstand ich voll, geht mir ähnlich, ist trotzdem cool gewesen. Hat ich aus dem Buch geschrieben. Meine Mutter so... Schreib mir zurück, du ist eh schon eine neue. Und ich habe es einfach gemacht. Und so drei Monate später von einer Kollegin herausgefunden, dass die das abartig getroffen hat und sie mega sad gemacht haben. Das ist so das Weiss, was ich kriege. Weisst? Das ist... Aber das könnte ja auch einfach... Das ist auch trolling of high level. Also ich dachte, komm, schreib das mal, was passiert. Ich glaube, meine Mutter wollte herausfinden. Eben, sie hat es lustig gefunden. I watch the fields burn. Ja. Oder? Ja. Nichts funny gefunden. Wahrscheinlich. Das kannst du nicht mal als Rotschlag nennen. Ah! Nein, aber... Ich meine... Pfff... Ich weiss doch auch nicht. Mein Vater hat mir mal erklärt, welche Sorten von Beziehungen es gibt. Und da habe ich gemerkt... Ja. Okay, das ist auf... Das ist auf deine Erfahrung. Das hast du mal in der bunten Glase. Ich weiss nicht, ob das... Ob das anwendbar ist. Aber würdest du... Würdest du zustimmen, universell, dass man sagt, eine Beziehung hat... Äh... 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 Ich sage mal... Unter der Gäuschenglockenkurve im Normalbereich sich befindende Beziehung hat so Phasen wie kennenlernen, dann insane honeymoon, over the moon, in love und dann so ein Einpendeln im Alltag. Mhm. Und das Einpendeln im Alltag, denke ich, dann ist mit extrem viel ehrlicher, offener und vulnerabler Kommunikation verbunden. Ja. Und ich glaube... Das hat mir nie jemand gesagt. Ich glaube aber lustig weiss, es wird ja ab und zu irgendjemand gefragt, wow, die sind schon 40 Jahre verheiratet, äh, was ist das Geheimnis? Zum Beispiel an jeder fucking Comedy Show, wo jemand mit einem Parler redet... Ich finde immer die besten Antworten. Ja, aber wenn jemand ehrlich ist, ist es meistens einfach die Kommunikation. Ja. Äh, schlussendlich, du musst ja, wenn du so viel Zeit miteinander verbringst und irgendwie ein Leben, äh, zumindest teilst, finde ich nicht nur, aber einen grossen Teil vom Leben teilst, musst du irgendwie auch checken, was bei der anderen Person abgeht und umgekehrt, oder? Ja. Äh, ich glaube sonst geht es nicht. Aber ja, vielleicht gibt es auch, gibt es auch andere Beispiele. Maybe. Können wir noch den Bachelor schauen und schauen, wie es dort funktioniert. Wie geht es? Ja, ich meine, es ist ja auch Bauerleide gesucht. Das habe ich noch nie gelöst. Lär, das musst du mal schauen. Wirklich. Es ist, es ist, es ist so ein weirdes Ding von... Ich kenne jemanden, ich kenne jemanden, wo sein Vater dort angemeldet hat. Es ist, lustigerweise, viel gut, es ist mehr viel gut, als du meinst. Irgendwie wird jetzt so 20% von der Zeit jetzt da wirklich die Herzen erwärmen. Tut es auch weh. Siehst du Leute und denkst so, ach, du tust mir so leid. Hey, eben, weniger als bei den Deutschen. Bei den Deutschen? Gibt es das auch? Ja, bei den Deutschen ist es wirklich einfach so, da schauen wir, welche Schadensfälle wir vor der Kamera kriegen. Weißt du so... Ja, RTL. Genau. RTL. Ich kenne halt nur die, ich kenne auch nur die Meme Clips so vom Dude, der so über der, über der Schweine droht kommt und eine Rolle macht. Ja, genau. Dieser Hossa, du bist aber, das nennt man Judenrolle. Ich auch so, oh mein Gott. Ah, das ist auf dem Land flirten. Ich hab einfach... Und der Rabe hat auch immer, der Rabe hat auch immer gebracht, wo zwei, aber vielleicht hast du das auch Schwiegertochter gesucht gesehen. Und zwei, zwei machen um, und, und es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sie um machen. Und die einen, die einen Zunge geht irgendwann ins Nasenloch. Das ist schwierig. Vier zu viel gut. Zwei musst du noch machen. Oh mein Gott. Ey, ey, wir sind bald durch. Huh. Weisst du, Profis hat eine Antwort, er sich vorbereitet, oder... Ich wusste, ich habe vergessen, dass das ein Format ist. Du hast es vergessen. Du hast mir aber auch null einen Hint gegeben. Wenn ich vor einem Jahr oder so das letzte Mal da war. Das seiche! Wann bin ich das letzte Mal da war? Nicht einmal ein halbes. Wirklich? Ja. Schau mal, wenn du Matthäus das letzte Mal da warst. Returning Guest of the Year. Ähm... Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, was ich dir am Telefon vor ein paar Tagen gesagt habe. Wenn ich Zeit gedrückt habe... Wegen dem Support, so... Von wegen... Mehr Zeit für das aufgewendet. Früher noch Kohl, Leggerieben, bla bla bla. Ja. Es ist, jedes einzelne Mal, egal in welchem Setting... Achtung! Alter, was für ein Boomer. Was für ein elender Boomer. Das sollte man noch nicht geben. Nein, das Internet ist kaputt. Nein, das Internet ist nicht kaputt, Alter. Du kannst einfach eingeben, Feelgood, Matteo, guten Rat. Und dann kommen die zwei Episoden, die ich da schon gemacht habe. Vier? Ich habe es ja vier gesehen. Können wir ihn mal im Migros Club Schul Kurs schicken auf das Internet für Rentner oder so etwas? Das gibt es doch nicht. Achtung! Ja? Ist das nicht die Folge? Er ist immer noch am Suchen. Es ist einfach... Also ich meine... Können wir... Sollte ich mir mal einen Red Bull bringen? Wann soll ich mal einen Red Bull bringen? Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Four months ago. Vor... Vor vier Monaten. Okay, okay. Gut? Ja. Kann man nicht... Also, darum sage ich... Feelgood Nummer vier. Profis hatten sich überlegt, okay, was ist etwas Neues, seit ich das letzte Mal dazu bin? Profi-Entertainer sind aus dem Steigreif lustig. Und andere, habe ich ja schon erlebt, wissen zwar, oh shit, ich habe mich nicht vorbereitet, aber im Gespräch hat es irgendwann gesagt, ah, das ist auch ein Feelgood. Einfach so, über etwas, was man eh schon geredet hat. Dann ist man schon durch. Also das ist effektiv... Was soll ich? Feelgood fucking Secret Eaters? Oder was ist das Feelgood? Der Monday. Der Monday Energy Drink. Der Monday Energy Drink. Was? Mensa damals ist mein Feelgood gewesen. Damals schon, ja. Jesus. Das Kind, das im Zelt herumrennt. Das ist ja vielgut gewesen. Das ist ja recht. Da habe ich Poison Ivy vergiftet, nachher nehmen sie ins Spital. Was, was, was? Jo, es gibt in Nusa, gibt es so eine, ich glaube es ist eine Efeuart. Aha. Also Efeu, es gibt Poison Oaks und Poison Ivy. Ich kenne nur, ich kenne nur, Uma Thurman, ist in dem schrecklichen Batman Movie, äh, wie hat er geheißen? Batman Forever. Oder Batman und Robin. Einen von denen. Was mit dem Twilight Johnny als Batman? Ist sie die Poison Ivy gewesen? Poison Ivy, ich weiss nicht welches, also eins ist wirklich, eins kann wirklich tödlich sein. Wo der schwarze Neckler, der Mr. Freeze, ist der? Der schlechteste, der schlechteste Batman. Schau, da ist sie, Poison Ivy. Ah, Freeze, weiss ich, ich kenne nur den Batman, wo sie, ich hatte mal als Kind, mal so zugeschaut, wo sie am einen Dude so zügend in die Oder spritzen und auch wieder riesen Fetzen und so. Ich glaube es ist ein Batman-Film. Es ist zumindest da, der George Clooney ist der Batman gewesen. Och, und sie, das kann ja nicht gut sein. Und sein Batman-Kostüm hat über der fucking Metallding, ins Metallding, hat es Nippel drin gehabt. Ja. So gut ist der Film gewesen. Sein Metallkostüm hat schon Nippel gehabt. Ich meine, wenn Yuma Thurman am Set ist und grün angemolt ist, ist halt durch die Metallplatte Nippel. Und der Schwarzenegger ist der Mr. Freeze gesehen. Richtig, richtig geil. Auf dem kleinen Foto sieht er noch dümmere aus als sonst. Ja, ich bin dir gefroren! Da hat er effektiven Glatzen gehabt. Ja. Ganz geil. Richtig geil. Oder irgendwie auch so, I'm gonna freeze everything. Weisst du so. Einfach so irgendetwas. George Clooney als Batman kann ich mir nicht gut vorstellen. Achtung, zeig mir sie, zeig mir sie Outfit. Komm, komm. Weisst du, ich würde als Film... Ja, da, schau! Schau, schau, schau! Ja, sie sind eh wirklich Nippel. Sie sind so kleine... Hast du das gesehen? Ich habe das Gefühl, es war ein anderes Bild. Ich muss sagen, Christian Bale ist schon ein guter Batman. Batman ist ein super weird. Ja, aber der Dings ist wirklich auch gut. Was? Pattinson. Wirklich? Okay, ich habe ihn nicht gesehen. Kann ich nicht beurteilen. Mega. Ich finde auch Christian Bale gut, aber also für mich sowieso auch die ganzen Joker-Filme, alles cool. Haben wir, glaube ich, schon mal davon gehabt, His Ledger anbieten. Wahrscheinlich. Definitiv. Ich liebe vor allem die Szene, wo er das Spital in die Luft jagt. Äh, genau. Und es nicht geht. Und dann läuft er auf den Foto. Dann jagt es in die Luft. Und dann bang. Für mich, hands down, acting performance of my lifetime. Jo, das ist natürlich so ein bisschen das Popkultur-Ding. Nein. Ich habe den Film gesehen, wo er rausgekommen ist. Meine Eltern haben ihn auf dem DVD gekauft. Ja. Sie sind zu Freunden gegangen und ich habe ihn mit meinem Bruder schauen. Ja. Und ich bin wirklich davor gesessen und wo noch, wo noch, wo noch, welche Szenen ist es, wo noch der Typ mit dem Bleistift verschwinden lassen. Tada. Ja. Das habe ich gewusst. Oh dude, das ist different. Und ich habe den Film fünf, sechs Mal geschaut bis jetzt. Und jedes Mal sehe ich wieder etwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Ja. Jedes Mal fällt mir etwas auf. Und ich denke so, du. Aber das kannst du ja noch von vielen Filmen sagen. Also weisst du. Also es ist völlig subjektiv. Völlig subjektiv. Ich will jetzt wieder mal There Will Be Blood schauen. Weil. Kenn ich nicht was. Eben. Okay. Maybe. Da bin ich noch Filmredaktor gewesen. Weil ich habe jetzt so viel Ahnung von Filmen. Filmredaktor. Filmredaktor. Auf so einem komischen Klappstuhl, wo hinten drauf Mutzi gestanden ist. Das ist eine Klappe. Da bist du immer an der Pressevorführung. Zum Beispiel auch Batman, wo du Hugh Fletcher, den Joker, hat es nur eine gegeben. Nur eine einzige Vorführung in irgendeinem Zürcher, im Seal City glaube. So elf am Morgen. Weil die Pressevorführung sind natürlich bevor das normale Kinoprogramm läuft. Ja. Dann schaue ich in Basel. Im einen. Schaue ich There Will Be Blood. Wann ist das gewesen? 2007. Was ist das ein Kriegsfilm? Ah gut. Nein. Es ist so Öl. Es ist der Öl Tycoon. Er wird der Öl Tycoon. Daniel Day-Lewis. 1910. Da. Stösst bei der Suche nach Silber auf Öl. Okay. Ah. Der Film geht irgendwie 3 Stunden. 2 Stunden. Was steht da? 38. Yikes. Und ich gehe am 9 Uhr Morgen, sitze ich in das Kino, schaue den Film und nachher laufe ich so raus. Okay. Und ich laufe einfach durch die Steine und ich denke so, ich kann keine Menschen sehen. Einfach wirklich so. Wieso? Weil er heftig ist? Weil er brutal ist oder was? Hey, das ist es eben. Er ist, darum will ihn wieder mal schauen. Er ist, all dieses Zeugs irgendwie schon. Ja. Aber es ist nicht so, dass würdest du sagen, wie bei anderen Filmen, boah, fuck, ist ja heftig. Shit ist ja brutal. Und du willst einfach so mesmerizing, es ist einfach so. Es zieht dich so rein und du bist am Schluss wirklich einfach so. Huh, okay. Wow. Also es gibt sicher ein paar Filme, wo ich noch nicht, es gibt zum Beispiel, ich habe letztens den Trailer gesehen von einem Horrorfilm. Ich habe leider vergessen, wie er heisst. Ich habe nur so 39. Nein, ich habe einen kleinen Instagram Clip gesehen und habe gedacht so, was für ein weirdes, was nicht scary ist, eine Gerichtsverhandlung, wo irgendeine komische Person vorkommt, eine Gerichtsverhandlung und bin in den Kommentaren wirklich gelüftet, was ist. So ein random asses Video. Es ist glaube ich ein Film von 2014 oder so, wo er geschrieben hat, es ist einer von den absolut flying under the radar besten Horrorfilmen der letzten 20, 30 Jahre. Und, also ich kann es, ich weiss es nicht mehr, aber die Leute finden es sicher raus, weil im Trailer, Gist von der Story, kannst du im Trailer abschauen. Eine Frau geht mit ihrem Liebhaber, also ich glaube mit ihrem Freund oder mit ihrem Liebhaber in so eine, in so eine, ich weiss, ob es ein Woodcabin ist, aber auch mal sehr entlegen in so einem Ferienhaus und sie sind halt mega so horny kinky und dann tut sie halt mit Handschellen ans, ans Bett fesseln und sie sind halt irgendwie am, 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 um, rummachen und dann hat er einen Herzinfarkt. Und Kate vom Bett und sie ist angemacht. Und dann, und das ist das Krasse. Ich weiss nicht, um was es genau geht, aber ich glaube, und das ist das Krasse, es ist kein Horrorfilm mit Crazy, sondern sie ist dann dort irgendwie zwei, drei Tage angemacht, dehydriert und von Fett anfangen zu halluzinieren und, und, durchlebt halt einfach den Horror von ihm zuschauen, wie er stirbt und dort angemacht sein und einfach nicht wissen, holt mir jemand, überlebe ich und dann kommen die Halle aus und du merkst schon, ah fuck, das ist halt ein Horrorfilm, der könnte passieren. Yeah. Und das, ich habe den Trailer gesehen, ich so, Jesus. Und dann ist noch jemand mit dem Nicolas Cage, wo er fucking LSD-namenden Priester ist, wo irgendjemand seine Frau und Kinder entführt und er voll auf Psychedelics Was? Kollege. Was? Oh mein Gott, Gibi. Alter, du hättest den Trailer nicht gesehen. Der Trailer allein musst Drogen auch dafür, dass du ihn verstehst. Nicolas Cage ist ein absoluter Full Psycho. Im Gegensatz zu sonst? Nein, weil irgendein LSD-Priester entführt seine Frau und er will sie irgendwie zurück und der Trailer allein ist ein Work of Art. Der Trailer allein kannst du in irgendeiner weirder Galerie in New York ausstellen und Leute wieder durchdrehen. Es ist völlige Insanity. Auch so ein Film, wo an allen Leuten vorbei ist und am Schluss hat er irgendeine Axt in der Hand und Rampage komplett durch die Gegend und es ist farblich insane und der Cut ist insane und es ist so richtig artsy-fartsy. Ja dort, warte, irgendwo können wir den Trailer mal schauen. Er hat so eine fette Blut über... Mandy, genau. Oh mein Gott. Ich habe den Film noch nicht gesehen. auch schon länger. Mandy, Alte, ist der Trailer... Und ich habe gesagt, ich schaue mit meiner Freundin, weil sie hätte unbedingt wollen. Der Trailer von Mandy ist... Bananas. Bananas, Alter. Ich hasse den Trailer. Schauen. Ich schaue auf den Film. Der Trailer ist... Was? Was machst du? Ich gehe auf YouTube und gebe ihm Mandy Trailer. Echt? Was mach... Wie... Ich gehe auf IMDB. Ich kann mir nicht sagen, I feel good. Es ist einfach der Auftrag gab am Soldi. Ja, I feel good ist sich über den Soldi aufregen, Alter. Shudder. Mandy. Haben wir Sound? Schau schon nur mal das Poster an. 2018. Der Trailer. Okay. Einfach absurder Shit. Absurd. Absurd. Völlig absurd. U-Media. Kann man den jetzt schauen, ohne dass es der Podcast komplett versaut? Hey, ich weiss nicht. Also sicher nicht zu viel Ton. Jetzt schneiden wir es. Ich habe ihn sicher nicht gesehen. Okay. Ich will auch keinen Trailer sehen. Ich will keinen Trailer sehen. Ja, einmal, du schaust den Trailer und checkst erstens mal nicht genau, was es im Film geworden ist. Die ganze Bildsprache. Schau, die ganze Bildsprache, die ganzen Farben sind... So wie das. Ja, es sieht geil aus. Okay, fertig, fertig. Ist gut, ist gut. Einmal, Feelgood Nummer 4. Habe ich dir letztes Mal schon am Telefon gesagt. Es ist egal, wo ich in der Schweiz auftrete. Wenn du mit mir auf dem Line-Up bist, ist es... eine Wohnung. Eine pure... Ich weiss, der Oben kann nicht scheisse gehen. Sogar wenn ich der schlimmste Auftritt von meinem Leben habe. Ich wüsste, ich hätte der schlimmste Auftritt von meinem Leben bekommen. Ich komme im Backstest und du stehst mit dem fettesten Grinsen dort, lachst mich aus, lachst mich aus, schüttelst mir die Hand und sagst so etwas wie so. Das ist richtig gut. Weiss ich so. Und das Highlight von dem ist gewesen, wo ich krank mit dem Alain Frey und dem Crystal of Tour gewesen bin letzten November und wir haben drei Termine gespielt, glaube ich, was ist gewesen, Sursee, Solothurn, noch etwas. Und du bist eingesprungen für, glaube ich, ein oder zwei, oder ein Termin. Zwei. Und ich habe nicht gewusst... Ich weiss nicht, vielleicht sind es auch nur zwei gewesen. Aber ich habe gewusst, du springst ein. Du hast auch gewusst, du springst ein. Ja, und ich habe noch Solo gehabt in Solothurn. Und du hast noch Solo gehabt in Solothurn. Das heisst, du hast ihnen sagen, ich kann, aber ich kann nur, wenn ich dann auftrete, das mache. Und sie mussten dir anpassen. Das heisst, du hast einfach einfach in Solothurn reinlaufen, die Sets spielen und gehen Solo spielen. Und durch den Saal rausgerenzen. Richtig geil. Und die Laune, die du dort gehabt hast. Ich muss mir noch ein Bild davon zeichnen. Du hast die roten Chucksack frisch gefärbte Haare und es hätte irgendein Teufel geritten. Du bist so quirky, provokant, lustig drauf. Du bist einfach durch den Backstage gelaufen und hast nur giggelt und irgendwelche Faxen gemacht. Und ich habe gemerkt, ah, die kümmert gar nicht. Es kümmert dich nicht. Ich nenne das positive Gleichgültigkeit. Ja. Die habe ich mittlerweile sehr oft. Und ich bin wirklich da gesessen. Es lacht sogar, dass sollte. Ich habe wirklich gemerkt, du hast mit dem Positiven mit gewissen Sachen im Leben abgeschlossen und bist einfach so Joker-like einfach so im Grinsen am Giggeln und es ist da, es hat da nichts, es hat, ohne Scheisse, die Bude hat abfackeln können. Du wärst lachend da rausgelaufen. Ah voll. Und dort habe ich gemerkt, ah, nein, that's my guy. Das heisst, ich habe mich sehr gefreut dafür. Ich habe gewusst, es kommt gut. Definitiv. Definitiv. Das schätze ich sehr. Ich muss sagen, ich habe ja irgendwann auch wirklich eine sehr, sehr bewusste Entscheidung getroffen, wo ich so ein bisschen in einem Trott gesehen will, wo ich gemerkt habe, ah, Spass an diesem Job kann nicht nur sein, die zehn Minuten bis zwei Stunden, wo du oben auf der Bühne bist, sondern Spass an diesem Job muss auch bedeuten, darum herum Spass zu haben. Das heisst, früher bin ich Backstage dann irgendwie, habe ich gefunden, ah, ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch irgendwie eine Mail machen, und ich muss jetzt noch, ich weiss doch auch nicht Podcast schneiden, was weiss ich, ich schaffe jetzt noch ein bisschen Backstage. Und das Problem ist einfach mit dem, ich bin nicht wirklich da, durch das bin ich auch nicht wirklich für andere Leute da, die sind auch nicht wirklich für mich da, das klingt jetzt so blöd, alles mit dem da sein. Aber es ist wirklich einfach so, du hast kein gemeinsames Erlebnis. Und das ist lustigerweise, durch die ganze Open-My-Kultur ist das halt jetzt etwas, wo viele wie nie gesehen haben, nicht checkt haben, dass es das gibt. Aber ich habe gemerkt, weil wir halt angefangen haben mit Mixed Shows, im Balz, nach Fägen viermal oder so, habe ich entschieden, wir gehen fort gehen, essen. Ist jetzt einfach, machen wir jetzt mal. Und zwar einfach gerade gegenüber dem komischen Molino oder was weiß ich. Margarita? Ja. Da sind wir noch ins Molino, das Margarita, das geben wir noch nicht mal. Weiss nicht. Auf jeden Fall, hocke ich dann dort mit, Achtung, was für eine Kombination. Zuccolini, Clibi und Knäckerbühl. Und ich sitze mit denen. Knäckerbühl hat Comedy gemacht? Ja, ich habe ein Buch, das hat nicht wirklich Comedy gemacht, aber das war halt so eine Zeit, wo du eben nicht monatlich drei Leute hinkriegen kannst, die Comedy machen. Und darum haben wir dort auch immer so ein bisschen, man habe immer so Special Guests gehabt, man habe immer so ein bisschen quer, ja, quer gedankt, noch anders. Ja, das ist jetzt heute noch nicht mehr umgegeben. So ein Schwartes und Schwau, der Knäckerbühl nicht kam. Und, äh, heute kann ich quer gedanken. Ha, 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 ha. Und, nein, er hat einfach, er ist auch mit Jacobo Müller auftrat und so, er hat einfach so ein Set gehabt, wo er halt mit seinem Beatboxen und Songs machen und so, zumindest unterhalten hat. Ja. Ein paar Big Laughs. Zumindest unterhalten hat, ist nicht, dass man es hören will. Nein, ich meine es positiv. Also wirklich einfach, es ist nicht per Definition Comedy gewesen, aber du bist, du hast ihn 20 Minuten gesehen und du hast... Gute Zeit gehabt. Mega. Mega gute Zeit gehabt. Und, äh... Jetzt nicht mehr, jetzt, so was ich mitbekommen habe von einem Kollegen, hat er jetzt, glaube ich, auf Twitter einmal nicht mehr so eine gute Zeit. Ich glaube, das ist halt... Folge nicht, aber ich glaube, er hat sich politisch so ein bisschen mit ein paar Leuten ein bisschen zu fest... Ich habe wirklich nur von einem Kollegen heute bis zum Mittag mitbekommen... Ich glaube, ich hatte mit dem Roast vor eineinhalb Jahren. Ähm... Und... Ich empfinde ihn nicht mehr als plus minus den gleichen wie früher. Äh... Ich glaube, man kann sich dann eben in den Sphären wie Twitter und so, kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen verlieren. Nein, nein, es geht um so geopolitische Statements, wo wir so Leute... Das habe ich nicht mehr gekriegt. Ja, eben, ich auch nicht mehr den Kollegen... Müssen wir auch gar nicht aufmachen, das fasst der Kollegen heute, dass ich so... Ah... Hey, maybe not that good. Maybe... Vielleicht als Mundartrapper nicht ganz... nicht ganz die fucking Büro, aber alright, I mean, you do you. Auf jeden Fall, habe ich dann eben irgendwann, so ein paar Jahre später, habe ich dann auf einmal so das Gefühl gehabt, eben, ich mache einfach meinen Job, ich gehe auf die Bühne. Und das habe ich immer geil gefunden. Und dann habe ich gemerkt, aber wirklich fun ist es ja, dass du Leute siehst. Und vor allem, was ja dann auch noch dazu kommt ist, meint Charlie und ich, wir haben vor eineinhalb Jahren oder so haben wir wieder mal eine Mixed Show zusammen gehabt. Ja. Und haben sie gesagt, Ah, Alter, wie lange ist das her, dass wir mal zusammen eine Mixed Show gehabt haben? Ja, ja, ja. Wow! Weisst du noch, du checkst ja auch nicht in dem Moment, dass du das jetzt mega geniessen musst, weil... Ja. Aber wenn du dann immer noch den gleichen Job machst, ich bin immer noch Comedian. Ja. Ist es auf einmal nicht mehr so, wie es mal gesehen ist, oder? Das heisst, irgendwann habe ich mal eine bewusste Entscheidung gemacht, ich weiss noch, nach dem Kugel. Gibt es das noch? Damals einfach. Das heisst, das ist 2018, 2019 irgendwie so. An dem Abend habe ich entschieden, oder nach dem Abend habe ich entschieden. Ich weiss nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann gefunden, ich mache jetzt voll und ganz, bin ich dabei. Ich bin voll und ganz dabei. Wenn ich eine Show habe, dann ist es ab dem Moment, wo ich dort ankomme, bin ich einfach da. wo? Und das macht dann eben auch aus, ich bin auch mitverantwortlich dafür, dass andere gute Zeit haben, und umgekehrt. Und dann ist es richtig geil, und dann ist der fucking geilste Job auf der Erde. Das habe ich gemerkt, also bei dir habe ich es wie gesehen, aber gecheckt habe ich es bewusst, habe ich dir, glaube ich, schon einmal erzählt, Boat Life, wo da Bruno Barnaby gekommen ist. Ja. Und wir sind in der Boat Life, Boat Life, für die, die es nicht wissen, ist ein Festival in Basel, wo ein Boot irgendwie eine Woche lang rumfährt, und es hat Party, und fucking Portislam, und wir haben Comedy, sie haben uns angefragt, für Comedy, und sozusagen, es ist dann Stand Up Raw Boat Life gewesen, und ich habe den Bruno gebucht, und er ist aus Frankfurt, und die machen ja teilweise, ich glaube, irgendwie 14 Shows in einer Woche, also das ist ja völlig wild, was die machen, so das FFM Hood Comedy. Ja. Die haben irgendwie so eine Comedy Show in so einer Tower, in so einer Bar, und die machen sieben Tage am Stück Doppel Shows. Oh geil. Völlig insane, aber er mit fünf Kollegen, und es geht ab wie Sau, und er kommt halt wirklich aus, also so Crowds in Frankfurt, dort sind glaube ich ein bisschen anders, als da, und es ist alles richtig, also es ist einfach rowdy, und der Backstage, ist halt kein Backstage gewesen, sondern einfach die Küche von dem Schiff, ist der Backstage gewesen, und wir sind auf so Chromstahl. Das ist schon recht viel. Ja, ja, er ist auf einer Kühlbox gesessen, und er ist Headliner gewesen, und dann in der Pause, hat das Ring nochmal einen Drink geholt, der ist hintergekommen, und dann hat er, dann haben wir glaube ich eine Viertelstunde Pause gar nicht, und ich habe gesagt, ich mache es nochmal 10-15 Minuten, und dann bist du dran, und er hat eine Viertelstunde so eine kleine Boombox ausgepackt, und hat einfach so Smooth Operator, und so Michael Jackson laufen, und hat einfach einfach tanzen, und singen, und ich so, Hä? Und dann so, ich so, mein Ritual ist immer so, Alter, aufbumpen, und hin und her laufen, und atmen, weil ich muss das auch machen, zu meinem Körper, weil ich bin sonst zu relaxed, und ich muss meinem Körper schon einen kleinen Impuls geben, ich mache immer so ein kleines physical warm-up, mache ich kurz bevor ich on stage gehe, und ich habe dann so, ich so, Hä, was machst du? Alter, ich habe eine gute Zeit, und ich so, aber wie? Dude, die Leute da draussen sind aus einem einzigen Grund hier, die wollen alle heute so einen lustigen oben haben, und die beste Zeit haben, die sie da können haben. Wenn ich verkrampft da draussen gehe, wenn ich, wenn ich verkrampft da draussen gehe, wenn ich da draussen gehe, und sie zuerst muss überzeugen, dass es so gut da oben ist, oder sie zuerst muss überzeugen, also nein, ich gehe dort draussen, und nicht nur matche ich die Energie, die positive, ich gebe den Ton an, und dann hat er wie gesagt, ich probiere an einer Comedy Show, wenn ich headline, oder wenn ich hoste, probiere ich vor den Moods zu kommen, wo ich mir denke, wir sind alle zusammen, the life of the party. Ja. Und dort, und dann ist er auf der Bühne, und das war super Fun gewesen, und ich habe das wie, ich habe das wie gesagt, es ist ein Miteinander, es ist nicht ein, es hört nicht bei der Bühne auf, und dann kommen halt Leute, die zuschauen, sondern es ist vor der Bühne, bis zur letzten Reihe, ist es, hey, wir alle zusammen. Und das ist bei dir sehr fest, auch so eine, aber bei dir ist es noch, die ganzen Comedians hinten dran, alle zusammen. Und Open Mic Kultur, muss ich nicht, muss ich widersprechen, die englische, Open Mic Szenen in der Schweiz, ist sehr fest so. Eben, aber die kenne ich zum Beispiel nicht so. Also im Kontiki ist es, also ich bin leider nicht immer dort, weil ich gehe ins Kontiki dann in den Stauben, das ist eben genau das, was ich nicht mache, genau was dagegen, was es nicht so nice macht, aber ich meine im Kontiki, Alter, wenn Leute bomben, es ist mittlerweile Kultur, dass man sich das, du weisst genau, wenn nur die Comedians lachen, dann bist du fettigstens am Bomben. Und im Kontiki, das ist in der Schweizer Szene, hat sich das noch nie etabliert. Die Schweizer Comedians und Open Micers sind immer noch auf einem Level irgendwie verletzlich, wo sie das Gefühl haben, wenn ich lache, wenn du bombst, lache ich denen nicht aus, und ich lache, weil ich genau weiss, wie sich das anfühlt. Und ich lache, um eine gute Zeit mit dir zu haben. Genau. Und das checken aber Schweizer Comedians, auch wenn es zum Beispiel, also ich meine, es passiert regelmässig, wenn es einem Kontiki bombt, oder jemand anderes bombt, und dann wirklich so, da warten alle Comedians, wenn du bombst, kommen wirklich alle so, good set, great set, und klopfen sie, never stop doing this, und so. Und wenn du ein gutes Set hast, dann alle so, okay, alright, verpiss dich, und es ist so, nur wenn du verkackst, dann kommen sie wirklich und umarmen dich, und das ist das, was ich will, In der Schweizer Open Mic Szene noch nicht checkt. Nein, aber eben, in der Schweizer Open Mic Szene sind ja die Leute, zu fest für sich, habe ich das Gefühl. Ja. Es gibt ja nur eins, oder zwei deutsche Open Mails. Es ist ja auch zu verstreut, das Ganze. So. Ja. Aber eben, wir haben mit Mixed Shows angefangen und dort ist es genau das gewesen, oder? Dort ist es wirklich, irgendwann realisierig, so gut wie du bist, so gut bin ich und umgekehrt. Ja. Ubuntu heisst das. Ja. Das ist jetzt ein Wort, das ich mir nicht benutze. Ja, das wollte ich sagen. Das ist jetzt etwas, das ich nicht sage, weil sonst habe ich Probleme. Mit ein paar blau-hörigen Leuten. Und, äh, wir gehen jetzt dann langsam aber sicher ins Ende. Ja. Darum sagt noch, das fünfte Feelgood. Hey, äh, Fala. Ich weiss, ob ich es angesprochen habe, letztes Mal, ich weiss wirklich nicht mehr, was die letzten fünf waren. Ja. Angeln ist dort auch dabei gewesen. Ähm, darum das nicht. Äh, Feelgood Nummer fünf ist tatsächlich, ähm, ein sehr reduziertes, fast schon auf null reduziertes Alkoholkonsum, wo, wo, wo nicht fehlt, wo, und dort kommt es Feelgood, wo wie so einen extra Tag in der Woche aufgemacht hat. Ja. Was wirklich einfach, wenn du, wenn du drin bist, und halt regelmässig im Wochenende, nicht mal gehst du gehen saufen, sondern einfach so, all die vier Drinks lange. Mega. Drei, vier Drinks lange, und der nächste Tag ist für mich die Hälfte. Es ist, der nächste Tag ist die Hälfte, und weisst du was Scheisse ist? Der übernächste ist immer noch ein Viertel. Ja. Es ist immer noch ein Viertel reduziert. Und das ist krass, weil ich habe, das hat bei mir, ich habe immer gesoffen, und ich habe es immer cool gefunden, ich habe es immer wieder begrenzt, und immer wieder erhöht, und ich bin letztes Jahr im Sommer in Amsterdam gewesen, und ich habe Mushrooms genommen, also die Trüffel, aber trotzdem, es ist Silocibin drin, eine gute Dosis von denen genommen, und bin einfach durch Amsterdam gelaufen, und habe einfach das wirken, und, ähm, ich habe dort, ich habe dort, bei meinem Hotel gewesen, ein fucking Blaubeere gegessen, bei meinem Hotel gewesen, ich habe zum Fenster rausgeschaut, und in der Hotelbar hat es ja immer so Bier und Prosecco und so, und ich habe dort, ich habe dort schon sehr viel weniger getrunken, aber schon auch getrunken, und ich habe, die Minibar aufgemacht, habe die fucking Blueberries rausgenommen, und irgendwie so, wie ich sie dort gesessen, das ist einfach so loviere, und habe das Bier gesehen, und habe wie so gecheckt, das ist, nicht gut für mich. Mhm. Das ist nicht gut für mich. Und, habe aber wie nichts dabei gedacht, und bin heim gekommen, und bin ja, drei Wochen später, am guten Freund von mir, Jul X, in Konzert gewesen, voll reinbechert, wirklich, halt normal, wie ich es dort gemacht habe. Und, es hat nicht mehr gewirkt. Mhm. Es ist so weird gewesen, ich bin dort gewesen, und bin so richtig frustriert gewesen, ich habe acht Drinks in der Biere, und ich spüre nichts. Ja. Ich weiss, ich bleibe soffen, aber es ist so, in der Pose, das geile Suffgefühl. Und dann habe ich dort wie gemerkt, so, ah, irgendetwas in mir, und seitdem habe ich, glaube ich, fünfmal Alkohol trunken. Mhm. Wo es super war, als ich mit dir und der ganzen Basel-Crew ging ins Nachtessen, sehr spontan. Ja. Dort habe ich, aber auch nicht viel, es waren zwei Bier und zwei Gin Tonics. Dort war es super. Aber das war fucking fun. Super fun. Und dort finde ich auch, ist es okay gewesen, weil man einfach, es waren genau die zwei, drei Drinks, die einen so richtig shit-talken lassen. Ja. Aber seitdem, habe ich eben danach, glaube ich, noch einmal Alkohol trunken. Hast du das Gefühl, du bist weniger lustig seitdem? Ich weiss es nicht. Ich finde es schon. Ja, es kann sein. Fuck, vielleicht muss ich wieder einfach soffen. Oh mein Gott. Das heisst, wenn ich Premiere habe, muss ich dann einfach touchvoll auf die Bühne. Dann wäre es so, der schlimmste Rotschlag ever. Suff wieder, weil dann bist du lustiger. Und dann gehst du so einen Strudel. Ich weiss nicht, ich weiss nicht, ob ich weniger lustig oder lustiger bin. es ist absolut Bullshit. Ich bin aber sehr viel weniger anxious, sehr viel weniger anspannend. Ich habe sehr viel weniger unterliegende Anspannung. Das auf jeden Fall. Ich bin immer noch sehr angespannt. Ja, logisch. Immer noch. Also, das würde ich nicht weggehen. Aber, im Vergleich zu, wie das schlimmste ist. Du warst ein von denen, wo dann irgendwann kommt so eine Instagram Reel, wo irgendwie so sieben Dudes in irgendeinem Dschungel sitzen. Und, auf einmal macht einer dieser Und irgendein paar Hepten dann so, weil sie so viel Breathwork gemacht hat, dass irgendwie all seine all seine Anxiousness und Anspannung von den letzten 40 Jahren auch dann rausheult. Das könnte ich sein. Genau. Du warst wirklich, du warst der fucking Orang-Utan in der Mitte, wo er als Erster schreit. Oder ich gehe einfach nochmal nach Amsterdam und esse nochmal Trüffel und schaue, ob dann etwas rauskommt. Ich habe es nur einmal gemacht, ich habe es nur dort gemacht, aber es ist, also eine der most profound experiences von meinem Leben gesehen. Und ich habe dort gecheckt so, ah, die Leute, die wirklich sagen, psychedelics sind Medizin, ich habe wie so einen Einblick, ich habe keinen vollen Trip gehabt. Ich habe nicht einmal, also ich habe wirklich einfach nur etwas gespürt und die Wand hat ein bisschen blubbered. Das war es. Ich habe mich nicht getraut, mega viel zu nehmen. Aber ich habe dann wie gecheckt so, ah, ich verstand, was Leute das meinen, weil was es da drin gemacht hat. Und eben so, ich kann mir das nicht erklären, warum Alkohol nachher nicht mehr gewirkt hat, aber es hat einfach nicht mehr gewirkt. Yeah. So, jetzt müssen wir kurz aufnehmen. Ich kann mir das sagen. Auf das... Auf das machen wir jetzt nur den gruseligen Prosecco im Kühlschrank auf. Auf das gönnen wir uns jetzt einen Rich-Sekko. Kennst du den noch? Nein. Ah, shit, du bist jetzt jung. Also, wir machen mal den Wehen vom... Also, weisst du, wann ich saufen würde? Auf das wir es auch gesagt haben, Tradition muss gewahrt werden. An der White Party vom DJ Antoine würde ich mal gottlos... Wie heisst die fucking Wehen? Anton? Nein. Konrad. Konrad. Alter, aber... Intravenues. Für 560 Stutz pro Flasche. Oh, was? Okay, nein, vielleicht... Hey, vielleicht bleiben wir beim... Vielleicht bleiben wir beim... Vielleicht bleiben wir beim Weissfüßen... Big Bottle tonight. Hey, guys. Big Bottle tonight. Big Bottle Party. Kommt vorbei. Roma Party. Ready to party. Big Watch. Big Watch. Und der andere... Das ist mein Lieblingsclip. Shit, das ist aber viel gut. DJ Antoine Clips. Forever. Und Eric Waber Clips. DJ Antoine, wo der Drop von seinem eigenen Lied verpasst. Im Rolls Royce. Was ist das gewesen? Ich glaube, die vorletzte Folge, wo du da gewesen bist. Das ist immer noch. Absolut. Center B, I'm coming! Und... Und... Und der Eric... Eric never disappoints. Er ist verhaftet worden? In einem Comedy-Standpunkt. Ja klar, weil er wieder irgendwelche Kuwait gestohlen hat. Und dann rennt er auf die Bühne und schreibt... Ich habe keine Kuwait gestohlen! Sie haben mir den Arm gebrochen! Ich so, die Arm ist ganz. Hast du den Sprung jetzt gelöst? Ja, oh mein Gott, ja. Er springt so von den anderen zwei weg. Ah! Das ist das geilste. Man hat eine Joke über das geschrieben, dass sich Hobbyhors in der Community über ihn beschwert hat. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Sie haben... Sie haben... Die Polizei... Ich bin im Knast gewesen! Sie haben mir den Arm kaputt gemacht! Und... Ich gehe jetzt heim und schlafen! Ich gehe jetzt heim und schlafen! Ich gehe jetzt heim und schlafen! Dreck gelatscht! Oh mein Gott! So! Also wir gehen auch heim und schlafen! Danke Christoph! Google Skills... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich danke sagen für diese Leistung. Google Skills on Flieg heute! Und äh... Jetzt... Gehen wir uns die Hand! Ah warte! Vielgut Nummer 4 online! Ein Insider zwischen uns! Gehen wir die Hand! Jetzt ein Small Bottle! Es ist ein Big Bottle! Conor McGregor Clips! Auch mit! Zur Zeit! Die dritte! They deliver! Arischt! What's up, GD? Es ist aber nicht mehr Big Bottle! Es ist jetzt... What's up! Welcome to Big AFC! I wanna take a sponsor! Also... Peace! Tschüss! Joak! zurück! 疫情Rk. the